Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe der Manga Mochi. Ich bin Andi von den Comic Cookies und mit mir heute wieder dabei ist Lena. Hi Lena. Hey, freut mich wieder dabei sein zu dürfen. Wir haben gestern beschlossen, wir haben ein bisschen rumgesponnen irgendwie, dass wir das Manga Mochi nennen, dieses Format, als Ableger der Comic Cookies. Denn Lena und ich haben ja letztes Jahr schon mal eine Folge zu Dr. Slump aufgenommen. Das war die Comic Cookies Folge 105, die ist im September 2021 rausgekommen. Und damals hat Lena schon gesagt, dass wir doch mal eine Folge auch zu Ranma 1,5 machen sollten. Das haben wir jetzt eine Weile vorbereitet. Können wir noch ein bisschen drüber sprechen. Vorbereitet oder verschoben, wie man es nennen will. Ja, ich weiß nicht, wie dein Prozess da so war. Du hast letztes Jahr irgendwie, da reden wir gleich drüber, wer was gelesen hat. Nichtsdestotrotz, wir heute machen also eine quasi Comic Cookies Sonderfolge unter dem Motto Manga Mochi. Wir reden über Ranma 1,5 von Rumiko Takahashi. Eine Klassikerreihe wahrscheinlich im Manga, die wir, wie ich jetzt gestern erst erfahren habe, Lena wusste es vielleicht schon ein bisschen länger, tatsächlich dieses Jahr eine Neuauflage in Deutschland auch erfahren wird. war lange Zeit nicht verfügbar. Ich habe mir die Bände, die ich gelesen habe, zum Teil geliehen, zum Teil irgendwie über Ebay geschossen, weil, wie gesagt, lange nicht aufgelegt. Aber der Egmont Verlag bringt tatsächlich dieses Jahr eine Neuauflage auf in, ich glaube, insgesamt 20 Bänden. Die werden in Doppelbänden rausgebracht dann. Von daher sind wir ja sogar zeitlich ganz gut dabei. Also wer jetzt die Folge hört. Wir sind top aktuell. Wer die Folge jetzt hört und sich denkt, Mensch, das interessiert mich, da würde ich gerne mal reingucken. Ihr habt eine gute Ausgangslage, denn in Bälde kommt eine komplett überarbeitete Neufassung raus in japanischer Leserichtung und allem drum und dran. Aber, Lena, wie gesagt, wer mehr über Lena wissen will, wir haben in dieser Folge 105 für Dr. Slump große Vorstellungsrunde gemacht. Jetzt nur noch mal ganz kurz angerissen. Lena, du bist zu finden auf Instagram als Bopo, Lena. Du machst Body-Tipp-Positivity-Zeichnungen. Willst du noch irgendwas ergänzen? Ja, also hauptberuflich arbeite ich im Bereich Illustration, Comic auch immer mal wieder. Aber ich habe jetzt noch nicht selber einen Comic veröffentlicht, obwohl da hinter den Kulissen vielleicht was lauert. Aber das kann, glaube ich, noch sehr lange dauern. Genau, und ansonsten bin ich sehr aktiv auf Instagram und möchte das eigentlich auch noch mehr ausbauen. Also mich noch mehr den Dingen widmen, die ich auf Instagram mache und da vielleicht auch noch ein bisschen meine Themen erweitern. Und ich arbeite auch schon seit einem Jahr an einem Online-Shop. Aber mal schauen, wann der fertig wird. Eigentlich ist das Ziel, dass es dieses Jahr noch passiert. Ich möchte aber keine Versprechungen machen. Und weil wir bei den Comic-Cookies ja Manga-technisch ein bisschen dünn besetzt sind. Wir sind alle vier keine wirklichen Spezialisten. Wir sind nicht stark mit Manga aufgewachsen. Ja, hat es sich irgendwann mal angeboten, dass wir hier mal so kleine Sonderfolgen dazwischen schieben mit Menschen, die sich mit Manga besser auskennen. Bisher eben mit Lena. Aber wir haben auch noch eine weitere Folge in der Planung. Mal schauen, wie lange ich brauche, die vorzubereiten. Aber da kommt hoffentlich dann auch in Berlin nochmal was. Aber wollen wir doch einfach direkt mal zum Thema der heutigen Folge kommen. Ranma 1,5. Warum hast du dir gewünscht, dass wir über Ranma 1,5 sprechen? Tatsächlich war Ranma innerhalb meiner Einstiegsdroge damals. Das ist der Grund, weswegen ich mit Manga angefangen habe. Und damals hat mir auch Ranma einfach gezeigt, was Comics noch sein können. Weil ich bin zwar auch mit Comics aufgewachsen, aber für mich im Kopf waren Comics immer sehr klischeehaft. So US-Superhelden-Comics, komplett koloriert. Und klar, so die fränkisch, äh fränkisch sage ich schon, die französischen Klassiker. Die kannte ich auch. Aber die Erzählweise in Manga und die Themen sind einfach nochmal komplett anders. Der Humor ist anders. Und was ich auch sehr, sehr cool fand als Jugendliche, war, dass die Manga schwarz-weiß sind. Aber trotzdem schön mit Schraffuren arbeiten, mit Texturen und einfach dieses schwarz-weiß-Format trotzdem so fertig und so schön ist. Und das fand ich richtig cool. Und damals habe ich mir gedacht, so, boah, das kann ich auch. Also zum einen fand ich es cool, so, okay, ich muss nicht kolorieren können, um Comics zu zeichnen. Und man kann auch einfach so, blöd gesagt, everyday-life-Stories erzählen. Man muss jetzt keinen Superhelden erschaffen. Und das hat mich damals so total angesprochen. Obwohl jetzt Ranma 1,5 zwar auch so ein bisschen dieses Everyday-Life hat, weil er ja ein Schüler ist und es manchmal so ein bisschen in der Schule spielt. Aber eigentlich ist es ja auch so eine Power-Fantasie so ein bisschen. Also er ist zwar jetzt kein Superheld, aber er ist ja trotzdem sehr stark. Aber da gehen wir ja gleich noch drauf ein. Vorab, es gibt bestimmt Menschen, die jetzt hier zuhören, die nicht so vertraut sind mit Ranma 1,5. Ich habe hier mal ein paar Fakten zusammengefasst und dann geben wir mal noch eine kurze Prämisse der Reihe und dann können wir ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Also Ranma 1,5 erschien in Japan von September 1987 bis Februar 1996 in insgesamt 407 Einzelkapiteln im Manga-Magazin Shonen Sunday des Shogakukan Verlages. Diese Einzelkapitel wurden als Tankabon-Ausgabe zu 38 Sammelbänden mit jeweils 8 bis 10 Kapiteln zusammengefasst. Die Serie erfreute sich großer Beliebtheit in Japan. So wurden schon 1988 von Band 5 innerhalb eines Monats mehr als eine Million Exemplare verkauft. Aufgrund der großen Nachfrage gab es von April 2002 bis Oktober 2003 eine Neuauflage aller Manga-Bände und von Dezember 2009 bis Mai 2011 erschien in Japan eine My First Big Special Auflage mit 28 Sammelbänden. Ich habe jetzt nicht recherchiert, was dieses Mai First Big Special ist. Sagt dir das was? Ne, das sagt mir nichts. Es klingt aber auch so einfach wie so fettere Sammelbände. Wäre jetzt einfach meine Schätzung. Ja, es sind jetzt dann 28 statt 38 Bände in dieser Auflage. Also ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Auf Deutsch ist Ranma 1,5 von Egmont Manga und Anime veröffentlicht worden. Dabei gab es zunächst zwei Fehlversuche. Das fand ich sehr interessant. 1996 scheiterte eine Veröffentlichung in Einzelkapiteln in der ersten Fassung des Manga-Magazins Manga Power aufgrund der Einstellung des Heftes. Und eine Veröffentlichung im Jahr 1997 nach dem Vorbild von US-Comic-Alben auf westliche Leserichtung gespiegelt, vergrößert und mit geringerer Seitenanzahl verschwand nach dem vierten Band vom Markt. Im dritten Anlauf erschien die komplette Serie schließlich von Mai 1999 bis Februar 2003 in originaler Bandaufteilung, aber in gespiegelter Leserichtung und als Übersetzung zunächst aus dem amerikanischen und später aus dem französischen. So, das ist jetzt das, was wir gelesen haben, beziehungsweise das, mit dem du damals erst Kontakt hattest und damit aufgewachsen bist, also zwischen 1999 und 2003. Ich sage nochmal kurz, die Originalerscheinungsweise war von 87 bis 96 in Einzelkapiteln. Das heißt, die Bände, in der Form, wie wir sie gelesen haben, sind quasi bei uns erschienen, als das ausgelaufen war in Japan. Insofern, dieses Albenformat würde ich gerne mal sehen, das fand ich sehr interessant, mit weniger Seiten in einem größeren Format, da habe ich jetzt auch noch nicht recherchiert, aber das würde mich mal interessieren, das mal zu sehen, wie die gestaltet waren und wie viele Kapitel dann da so drin waren. Ja, das wäre echt cool, das mal in der Hand zu haben, das wusste ich auch nicht, von daher gute Recherche gemacht und ich finde das ganz witzig, weil wir ja mittlerweile das so gewöhnt sind, dass Manga einfach in diesen Taschenbüchern, in diesen Sammelbändern rauskommen und das ist einfach so selbstverständlich, dass ich da nie darüber nachgedacht habe, dass das jemals anders probiert wurde. Von daher echt spannend, aber ja, Ranma ist ja eins der ersten Bänder oder Manga allgemein, die in Deutschland rausgekommen sind, von daher war das wirklich wahrscheinlich so ein Testing, wo keiner wusste, ob das jetzt was wird oder nicht. Ja, das was natürlich vorher so erschienen ist, also Akira zum Beispiel ist ja auch erstmal so in so einem, ja nicht ganz großen Albenformat, aber trotzdem bei Karlsson in einem größer als Tankobon Format erschienen, eher so am westlichen Format orientiert und natürlich auch in gespiegelt, wie jetzt diese Ranma-Bände ja auch und das kam ja dann später erst, ich meine, mit Dragon Ball, dass dann wirklich japanische Leserichtung durchgesetzt wurde und eben auch wirklich dieses Taschenbuchformat und dass der Leserschaft quasi auch beigebracht wurde, dass Manga so aussieht und dass man Manga so liest und das natürlich jetzt mittlerweile so ist und jetzt dann eben auch diese Neuauflage, die jetzt dann bei Egmont erscheinen wird, von Ranma dann eben auch in japanischer Leserichtung ist. Vielleicht auch in neuer Übersetzung, das habe ich jetzt noch nicht irgendwie rausgefunden, wie das ist, weil das ist ja auch mal ganz spannend, das ist ja häufig so, dass die Manga bei uns gar nicht aus dem japanischen übersetzt sind, sondern eben aus dem französischen, weil es da dann zuerst erscheint, weil da einfach nochmal deutlich mehr erscheint, wobei bei uns natürlich schon auch mittlerweile viel auch direkt aus dem japanischen übersetzt wird, aber bei Ranma eben ursprünglich aus dem amerikanischen und aus dem französischen. Magst du mal kurz? Ja, ich will noch ganz kurz sagen, dass es aus dem französischen kommt, das habe ich daran erkannt, dass ganz oft die Soundwords noch irgendwie entweder französisch waren oder man versucht hat, da schnell noch, also aus einem Non, das N-O-N geschrieben wird, ein Nein zu lettern, indem man das E und das I zwischen die bereits geletterten Ns reingequetscht hat, was oft sehr hässlich aussah. Aber da ist mir dann schon damals beim Lesen aufgefallen, so Moment mal, das ist französisch, das hat irgendwas mit dem französischen zu tun. Aber ja, wahrscheinlich gab es damals noch überhaupt keine Übersetzungsszene in Deutschland, die eben japanisch übersetzt haben. Also wahrscheinlich gab es einfach nicht genug Leute, schätze ich mal. Ja, und bei den ersten Bänden sind es eben dann noch englische Soundwords, also das ist mir dann auch aufgefallen. An irgendeiner Stelle, ich weiß jetzt nicht an welcher Stelle, müssen sie dann offensichtlich gewechselt haben, dass sie dann angefangen haben, aus dem französischen zu übersetzen, anfangs noch aus dem amerikanischen. Ja, also ich bin gespannt, wie das in der Neuauflage sein wird, also muss man dann mal einen Abgleich dann machen. Magst du mal kurz, ja, die Prämisse der Reihe zusammenfassen? Wer ist Ranma, wer sind die Protagonistinnen und worum geht's? Also die Prämisse ist eigentlich recht einfach. Ranma ist ein 16-jähriger japanischer Junge, der mit seinem Vater in China rumgereist ist, um Kampfkunst zu trainieren. Und dort ist eine Art Unfall passiert, denn er und sein Vater sind in verfluchte Quellen gestürzt und er war in der Quelle des ertrunkenen Mädchens und sein Vater ist in die Quelle des ertrunkenen Pandas gefallen. Was dazu führt, dass Ranma immer, wenn er mit kaltem Wasser berührt wird, sich körperlich in eine Frau oder ein Mädchen verwandelt und sein Vater sich körperlich in einen Panda verwandelt. Also das ist die Startprämisse und dann kommt noch dazu, das erfährt man im ersten Kapitel, dass Ranmas Vater ihn eigentlich schon bei seiner Geburt oder kurz danach verlobt hat oder versprochen hat. Und zwar hat Ranmas Vater einen guten Trainingsfreund, der auch damals mit ihm Kampfkunst trainiert hat und eben der jetzt ein Dojo hat. Und dieser hat nur Mädchen und deswegen war der Deal, okay, Ranma heiratet eins der Mädchen und kann damit dann das Dojo übernehmen. Und sie kehren nach Japan zurück und Ranma soll sich jetzt eine von den drei Mädchen aussuchen und hat selber da auch nicht so viel Bock drauf. Und die Töchter, die wussten das auch noch nicht und werden da so ein bisschen vollendete Tatsachen gestellt. Und im Prinzip ist Ranma ein Halb so, im Prinzip eine Komödie, die aber auch sehr viel mit Action und Kampfkunst zu tun hat. Und das ist aber auch so ein bisschen so, ja, Rom-Com-mäßig. Also es geht dann so dieses Will-They-Won't-They zwischen Ranma und Akane, was die jüngste Tochter ist und auch in Ranmas Alter ist. Das ist im Prinzip die Startprämisse und dann kommen nach und nach noch viel mehr Charaktere dazu, aber die Grundstory bleibt immer die gleiche. Ach ja, und Ranma will natürlich seinen Fluch loswerden. Er ist damit überhaupt nicht glücklich, dass er sich in ein Mädchen verwandelt, wenn er mit kaltem Wasser berührt wird und dann auch wieder körperlich in einen Jungen, wenn er mit heißem Wasser in Berührung kommt. Das heißt, er ist jetzt nicht dauerhaft, er sieht jetzt nicht dauerhaft aus wie eine Frau, aber trotzdem kommt er immer wieder dann in unangenehme Situationen und er packt das auch nicht so ganz, weil er sich da ein bisschen in seiner Männlichkeit gerade am Anfang immer angegriffen fühlt. Es geht natürlich ganz viel darum, dass die meisten Figuren nicht wissen, dass Ranma-Junge und Ranma-Mädchen die gleiche Person sind, dass dieser Fluch da existiert, dass es da immer wieder so zu Verwechslungen kommt. Und gerade in den ersten Bänden, also sagen wir mal kurz dazu, also wie gesagt, es sind 38 Bände. Ich habe jetzt gelesen die ersten fünf und die letzten vier. Also von eins bis fünf und von 35 bis 38. Dazwischen kenne ich alles nicht. Du hast ja prinzipiell alles schon mal gelesen und hast du jetzt für diese Folge auch alle 38 Bände nochmal gelesen oder wie bist du vorgegangen? Also alles stimmt nicht ganz. Meine Methodik damals war nämlich, dass ich zwar angefangen habe, die Manga chronologisch zu kaufen, aber irgendwann, weil schon so viele Bände zu dem Zeitpunkt raus waren, habe ich manchmal einfach so willkürlich mir eins geschnappt, wo ich das Cover cool fand oder den Titel und habe mal durchgeblättert, was da so passiert. Das heißt, ich habe dann immer wieder einfach so mitten rein was gekauft und dann die Story-Arc, die es da gab, zu Ende gesammelt. Das waren dann meistens so drei, vier Bänder. Und dann ging es wieder los, dass ich einfach irgendwie willkürlich was mir rausgenommen habe. Und dann so bei den Letzteren, also ich hatte dann so das Gefühl so, es muss ja jetzt bald mal zu Ende gehen, als ich dann so bei Band 35 war. Und da bin ich dann wieder eingestiegen mit dem Gedanken so, okay, ich will jetzt wissen, wie es endet. Und dann ging es eben noch bis 38, was mir mit meinem Taschengeld damals sehr viel vorkam. Aber ja, das bedeutet, ich habe nie die komplette Reihe gelesen, aber ich habe genug gelesen, um alles zu verstehen und auch um das Ende zu verstehen. Weil es auch so ist, es kommen zwar immer wieder sehr viele Charaktere dazu, aber es gibt jetzt nicht so krasse Veränderungen in der Story, dass man, wenn man quer einsteigt, nicht mehr durchblickt. Also es ist jetzt kein Game of Thrones, wo sich die Story krass voran entwickelt und irgendwie Staffel drei ganz andere Charaktere wichtig sind als in Staffel eins, sondern Ranma kann man sich so ein bisschen irgendwie vorstellen wie so alte klassische Cartoons, wie zum Beispiel bei den Simpsons, wo irgendwie immer wieder so ein Reset stattfindet. Und es zwar Geschichten erzählt werden und auch viele Kämpfe gibt und viele Rivalen und so, aber irgendwie alles dann wieder zu so einem Punkt zurückkehrt, wie es im ersten Kapitel eigentlich geendet hat. Also dass Ranma und sein Vater gerade bei den Tendos, glaube ich, nee, oder war das sein Nachname, also in dem Dojo leben und ja, irgendwie Interesse an Akane hat, aber dann doch wieder nicht oder es nicht zugeben kann und so weiter. Es ist Tendos Kampfsportschule für Schlägereien aller Art. Das fand ich ja schon, also nach wenigen Seiten taucht das irgendwie so auf, also eben das Dojo, wo sie dann mit einziehen, das ist schon mal ein Spitzenname, das fand ich schon mal sehr gut. Auf jeden Fall. Das heißt, du hast gar nicht alle Bände, sondern du hast eine Auswahl, wie es dich interessiert. Ich habe eine große Sammlung, aber es ist nicht die komplette Sammlung. Ich verstehe, sehr gut. Das macht mir auch so ein bisschen Hoffnung, weil das überwältigt einen ja gerne mal, wenn man jetzt nicht so der Hardcore-Manga-Leser ist, dass es so viele Bände sind bei manchen Sachen. Es beruhigt mich, dass auch damals schon nicht jeder immer alle Bände dann gelesen hat, sondern auch du eine Auswahl getroffen hast damals. Was ich aber eigentlich sagen wollte, war, dass halt immer wieder so neue Rivalen und Rivalinnen auftauchen, also ständig verliebt sich irgendeine andere Figur, entweder in Akane oder in Ranma den Jungen oder in Ranma das Mädchen. Und dann kommt es immer zu kämpfen, weil man dann immer entsprechend eifersüchtig ist, entweder eben auf Akane oder auf Ranma den Jungen oder auf Ranma das Mädchen oder dann solche Situationen, wie eine Figur ist verliebt in, ich glaube, in Ranma das Mädchen, will aber Ranma den Jungen töten, weil man ja nicht weiß, dass das die gleiche Figur sind. Und ja, solche Elemente sind es dann eben immer wieder und dann werden solche Konflikte eben ausgefochten und dann kommen wieder neue Figuren, mit denen wieder neue Konflikte sind und neue Situationen, in denen gekämpft wird. Manche Figuren werden dann auch so mit reingenommen in den Figuren, Cast und bleiben dabei, nehmen dann irgendwie ein bisschen eine andere Rolle ein, wo man sich dann nicht mehr ständig bekriegt und bekämpft. Es gibt auch noch weitere Figuren, die in eine dieser Quellen gefallen sind. Es gibt ganz unterschiedliche Quellen, die unterschiedliche Effekte haben. Also hier eben Ranma switcht zwischen Junge und Mädchen, Ranmas Vater zwischen Mann und Panda. Dann gibt es Figuren, eine wird zur Katze, einer wird zu einem Ferkel und je nachdem, in welche Quelle man gefallen ist, gibt es dann so eine andere Verwandlung. Und immer wieder ja heißes Wasser, kaltes Wasser und irgendwie ist natürlich auch immer Wasser da in den Situationen, wo man es gerade nicht braucht oder wo man es gerade braucht. Also in irgendwelchen Verfolgungsjagden, dann schüttet irgendwer gerade ein Eimer Wasser aus dem Haus und trifft dann die Figur, die sich dann verwandelt. Und irgendeine andere Figur hat dann plötzlich irgendwie so einen Teekessel mit heißem Wasser in der Hand, um die Zurückverwandlung zu machen. Also du hast ja schon gesagt, das ist ja sehr, ja, hauptsächlich Komödien, großer Komödienanteil. Und da dann eben auch mit solchen Elementen, die jetzt natürlich keiner Logik entsprechen, die aber halt einfach, was die Situation gerade braucht, wird halt einfach gemacht. Also wenn gerade Wasser gebraucht wird, dann kommt halt irgendwo jetzt gerade Wasser her. Ob das jetzt realistisch ist, dass da jetzt irgendwer einen heißen Teekessel irgendwie unterm Arm hat oder nicht, das ist egal. Und das ist das, was mir dann beim Lesen, als ich dann, ich habe letztes Jahr dann angefangen eben zu lesen und ich war sehr, sehr schnell drin und sehr, sehr schnell Fan. Was mir wirklich gefallen hat, war eben dieser Humor, so ein bisschen dieses, ja, Absurde auch in dem Humor und in der Gestaltung und auch die Darstellung von Action, von Kampfsequenzen. Also ich fand es wirklich auch toll gezeichnet, du hast ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, auch, dass es jetzt auch, es ist schwarz-weiß, aber eben auch doch viel mit Schraffur und Grautönen und ja, sehr, sehr dynamisch. Also das hat mich tatsächlich auch sehr, sehr angesprochen in den ersten Bänden. Und dann kommt man aber doch, oder ging mir jedenfalls so, wenn man mehrere Bände so am Stück liest oder versucht, mehrere Bände am Stück zu lesen, dass sich dann so die Situationen dann doch häufig dann so gleichen, dass dann eben, okay, wie du hast ja schon gesagt, es gibt immer so Story-Arcs, die sich so ein bisschen ziehen, dann irgendwie so über ein, zwei, drei Bände. Und dann ist das abgeschlossen und dann kommt eine neue Figur, mit der so ungefähr das Gleiche durchgespielt wird, wie vorher eben auch schon mal ein bisschen eine andere Liebes- und Eifersuchskonstellation, aber irgendwie trotzdem ähnlich. Ähnlich, also du hast es ja, hast ja gesagt, damals dann eben auch mehr so ausgewählt gelesen und es waren aber schon, viele Bände hast du gesagt, schon veröffentlicht. In was für Abschnitten hast du es denn so gelesen? Hast du dann, weil wenn du es ja nicht mit einem Erscheinungstermin, also die kamen wohl alle zwei Monate raus, damals ursprünglich, dann hat man, und so ist es wahrscheinlich auch aus meiner Sicht so ein bisschen gedacht, dass man eben nicht irgendwie in einer Woche fünf Bände liest, sondern eben so mit einem gewissen Abstand dazwischen. In welchen Abständen oder in was für Paketen hast du es gelesen? Ähm, das ist eine sehr gute Frage und ich kann dir das gar nicht mehr so genau beantworten. Äh, ich weiß auf jeden Fall, also ich war damals in der siebten Klasse und musste immer so ein bisschen mit meinem Taschengeld haushalten, aber es hat rein rechnerisch, glaube ich, so gereicht, dass ich pro Woche ein Manga kaufen konnte für fünf Euro. Das heißt, ich hatte, glaube ich, so 20 Euro im Monat zur Verfügung, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ähm, ich hab dann aber auch sehr schnell begonnen, ganz viel andere Sachen auch parallel zu lesen. Also, als ich dann, äh, den Ultracomics, der damals ja noch im Prisma war, äh, äh, wie, für mich entdeckt habe, war das halt echt so, boah, krass, es gibt hier so viel und alles sieht so cool aus. Und da habe ich auch echt ganz oft so Blindkäufe gemacht, ähm, was ich, glaube ich, heute so gar nicht mehr, obwohl, nee, das stimmt nicht, ich mache heute immer noch Blindkäufe. Ähm, aber ja, deswegen glaube ich, dass ich Ranma immer parallel mit anderen Dingen gelesen habe. Ähm, es kann aber natürlich gut sein, wenn ich jetzt irgendwie mir ein Band gekauft habe. Und dann hat, äh, das auf einen Cliffhanger geendet, dass ich dann, äh, mir gleich in der nächsten Woche, äh, die, die Fortsetzung davon geholt habe. Aber ich habe ja auch parallel zum Beispiel Dr. Slump gelesen und so weiter. Das bedeutet, ich habe jetzt nie irgendwie Ranma in dem Sinne gebinget, wie man heutzutage Serien binget. Oder eben, ähm, auch, wenn man das Geld hat, äh, als Erwachsener kann man sich ja auch eigentlich theoretisch gleich so eine ganze Sammlung an Bänden kaufen. Äh, aber das habe ich nicht gemacht. Das heißt, ich hatte, glaube ich, diesen Effekt nicht so sehr, wie du ihn jetzt gemerkt hast, diesen Wiederholungseffekt. Ähm, ich gebe dir aber da auf jeden Fall recht. Ähm, und das habe ich auch gemerkt, äh, als ich es jetzt wieder gelesen habe. Ähm, ähm, was, was mich irgendwann genervt hat. Ich konnte es aber nicht in, in Worte fassen. Und deswegen, glaube ich, wurde ich auch ungeduldig und wollte dann irgendwie so zum, zum Ende hinspringen. Und bin dann eben bei Band 35, äh, wieder eingestiegen. Das, das war, dass du, dass du halt zwischen Ranma und Akane hattest so immer diese, diese Spannung. Und dieses eben so, oh, kommen sie jetzt zusammen oder nicht? Und es ist, das, es ist halt wie so eine, wie so eine Karotte, die halt so vor dir hergehalten wird. Und du, du rennst die ganze Zeit, aber hinter dir steht jemand, äh, mit einer Angel, der diese Karotte einfach vor dir hält. Verstehst du, was ich meine? Okay. So ist dieses Gefühl, so, du, du, du erreichst es nie. Ähm, und das ist ja so ein Prinzip, das wird ja ganz viel im Manga gemacht. Damals war mir das nicht so bewusst, dass das eine Formel ist. Ähm, aber ich wollte irgendwie diesen, diesen Abschluss haben. Ich wollte irgendwann sehen, so, kommen sie jetzt zusammen oder nicht? Obwohl es ja eigentlich, man hat so das Gefühl, eigentlich ist es ja klar, irgendwann müssen sie zusammenkommen. Sie müssen nur fähig sein, sich das mal einzugestehen. Ähm, aber das hat mich irgendwie wahnsinnig gemacht. Und ich glaube, also mittlerweile bin ich auch so ein Mensch, etwas, was irgendwie 40 Bänder hat, schreckt mich sehr ab, ähm, wenn es da keine Entwicklung in den Bänden gibt. Und dieses Gefühl, ähm, dass, dass einem immer etwas vor die Nase gehalten wird, was dann aber einem wieder weggezogen wird, ähm, das mag ich gar nicht mehr oder halt nicht zu lange. Also, ich mag es, wenn es gut gemacht ist, aber es darf jetzt nicht eben über zu lange Zeit gehen. Und das ist das, was mich bei, bei Ranma 1,5 irgendwie, glaube ich, nach und nach langsam in den Wahnsinn getrieben hat. Ähm, jetzt, wo ich es nochmal, ähm, gelesen hab, also ich hab, ich hab das jetzt letzten November gelesen. Das heißt, es ist jetzt schon eine Weile her. Und es kann auch sein, dass ich bei, bei den Namen mir nicht mehr so sicher bin. Ähm, aber da ist mir aufgefallen, also dadurch, dass ich einfach schon weiß, was am Ende passiert, hatte ich, hatte ich da nicht mehr diese Anspannung so, oh, was passiert jetzt zwischen den beiden, sondern konnte dann andere Aspekte der, der Story mehr genießen. Und hab auch diesen Humor viel mehr bemerkt. Ähm, und, also ich hab jetzt zur gleichen Zeit Dr. Slump gelesen, und das ist ja nochmal ein ganz anderer Humor, der sehr viel mehr Slapstick ist und, äh, irgendwie deutlicher. Und diese Absurdität, die du vorhin schon erwähnt hattest, zum Beispiel, dass da irgendwie immer im ungünstigsten Moment Wasser ist. Aber dann auch irgendwann wieder so eine recht kreative Art und Weise, wie da, wo das Wasser jetzt herkommt, ist entweder kaltes oder warmes Wasser. Äh, das fand ich jetzt beim Wiederlesen irgendwie sehr witzig. Und auch, was mir, was mir sehr gefallen hat, ist diese Absurdität der Welt, wo eigentlich fast jeder irgendwie Martial Arts kann oder kämpft. Und zwar seine eigene Schule. Also, das ist so dieses, ja, äh, wie das Dojo. Es ist halt Kampfkunst für alles. So, alles ist so ein bisschen erlaubt. Du darfst für den Kampf alles machen. Und Ranma ist dann halt in den absurdesten Situationen mit den absurdesten Kämpfen und Regeln. Und, ähm, recht am Anfang, also ich weiß nicht, ob's bei den Bänden drin war, die du gelesen hast am Anfang. Aber es gibt so einen Kampf, das ist eigentlich Kunst-Eislaufen, aber es ist gleichzeitig Martial Arts. Mhm. Und so, dass das einfach kein Widerspruch ist in dieser Welt. So, in dieser Welt wird halt einfach alles in Martial Arts umgewandelt. So, hey, wir haben Eiskunstlaufen, Martial Arts. Später gibt's dann irgendwie, äh, Essen. Also, das ist irgendwie so ein bisschen, geht so in die Richtung von so einem französischen reichen Typen, äh, der dann eine gewisse geheime Martial Arts-Esstechnik hat. Und das ist so dieses, okay, auf der ganzen Welt können irgendwie die Leute Martial Arts kämpfen. Das ist, es ist absurd, aber irgendwie ist es auch wieder witzig. Also, ja, das, das hat mir irgendwie beim, beim Wiederlesen sehr gefallen. Ist auch in den, in den ersten Bänden, immer wenn, wenn, wenn Akane zur Schule geht, musst du ja erstmal irgendwie, äh, sich durch alle Jungs irgendwie durchkämpfen. Also, jeden Morgen findet da irgendwie wieder ein Kampf statt, ähm, weil irgendwie, äh, alle was von ihr wollen oder der, irgendwie der, der eine Typ auf jeden Fall was. Also, jedenfalls so diese absurde Situation, jeden Morgen auf dem Schuhweg muss ich erstmal irgendwie hier acht Typen verklopfen oder mehr, bevor ich überhaupt ins Klassenzimmer komme. Und das ist aber auch ganz normal irgendwie so. Ja, also, da ist jetzt kein Lehrer, der einschreitet und sagt so, also, so geht's mal nicht. Sondern das ist, wird einfach so hingenommen. Ja, und das ist das, was mir, mir eben sehr gut gefallen hat von Anfang an. Also, ich, wie ich es jetzt gelesen habe, also, ich war jetzt weniger an der, an der Frage interessiert. Passiert zwischen den beiden noch was oder nicht? Also, das war jetzt nicht mein Hauptantrieb, um das zu lesen. Bei mir war es wirklich so, diese, diese absurde Humor, die, die, die zeichnerische Darstellung auch von, von Humor und aber eben auch von, von Aktion und Kampf. Auch gleich schon irgendwie auf den ersten Seiten, wenn, wenn Ranma und sein Vater, ähm, sein Vater in, 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 in Panda gestalt, sich da so durch die, durch die Straßen kämpfen, also mit, miteinander kämpfen irgendwie so. Auf der Straße erst mal aufzuhauen und dann gibt's dann so ein, so ein wunderbares Panel, wo Ranma den, den Vater, also den, den Panda, ähm, dann so die Straße runterwirft und auch so zur, um so die, um so die, um so die Kraft und die, die Bewegung darzustellen. Und dann rollt dieser Panda so ein, so ein Straßenschild um, also da, da, da biegt sich dann so das, das Straßenschild so unter ihm weg und das, allein das fand ich schon so gut, einfach in der zeichnerischen Darstellung, wie, wie, ja, wie die Bewegung quasi, die Bewegung und die Kraft verstärkt wird dadurch, dass die Lesenden sehen können, der biegt da jetzt so ein, so ein Straßenschild um. Solche Sachen, ähm, sind mir irgendwie aufgefallen und, äh, was, was hat dich denn, wenn du sagst, du hast beim jetzigen Lesen, hast du diesen absurden Humor und so mehr, äh, mehr genossen und damals war es vielleicht mehr so ein bisschen dir, das, die, die romantische, ähm, 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 Klüngelei zwischen den Hauptfiguren, was hat dich denn ursprünglich, bevor du dann vielleicht von diesen Wiederholungen etwas abgestoßen wurdest, was hat dich denn so reingezogen am Anfang? Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, dass, dass, davon möchte ich mehr lesen? Meinst du ganz am Anfang? Ja, ja, genau, ganz ursprünglich, ja. Okay, also tatsächlich war das so, ähm, das erste Band, ähm, hat mir eine Schulkameradin geliehen und ich, witzes, ich weiß ihren Namen gar nicht mehr, ähm, weil wir danach auch gar nicht so viel zu tun hatten, weil sie war eigentlich eher so, äh, ein sehr feminines Mädchen und halt sehr auf, 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 ihr äußeres Bedacht und halt auch die, ihren Ruf sozusagen und hat, äh, hing auch eher mit so die cooleren Mädels ab. Deswegen war das für mich so irgendwie so ganz kurios, dass sie, dass sie Comics liest und ich weiß auch gar nicht, wie wir dazu kamen. Ich glaube, wir sind eine Zeit lang zusammen zur Schule gelaufen. Auf jeden Fall hat sie mir dann irgendwie von Ranma erzählt und hatte erst das Band nicht dabei und hat mir einfach erzählt, was da passiert und wie cool das irgendwie ist oder witzig. Ähm, und dann war ich total neugierig und dann hat sie es mir ausgeliehen und dann war ich mega geflasht. Also einfach so, das zu sehen, wie ich vorhin gesagt habe, so, ach, das können Comics auch sein. Das hat mich so begeistert und sie hat mir dann eben gesagt, wo sie es gekauft hat und dadurch habe ich den, den Ultracomics für mich entdeckt. Ähm, und wir hatten dann danach gar nicht mehr so viel zu tun, äh, miteinander. Aber ich habe dann einer anderen Freundin eben auch Ranma gezeigt und den Band. Äh, und sie war auch mega begeistert und fand es auch so witzig. Und es gibt im ersten Band so eine Szene, äh, wo Ranma gerade in seiner, äh, weiblich gelesenen Form ist. Und ich glaube, ich glaube, es war, der Name war Kuno. Das ist der Typ, der, der, äh, die weibliche Form von Ranma unbedingt daten will und, äh, aber die männliche Form von Ranma abgrundtief hasst. Und, ähm, er will, glaube ich, sich mit, mit, mit dem männlichen Ranma duellieren, aber in dem Moment ist Ranma in Mädchenform. Und er versucht halt gerade, händeringend an heißes Wasser zu kommen. Und dann wird halt so, so ein, so ein Kessel mit heißes Wasser ihm zugeworfen. Aber er reicht es nur gerade so. Und er hängt halt in einem Baum mit den Zehenspitzen und streckt sich halt, um dieses heiße Wasser zu halten. Und ich weiß noch, dass, dass mir die Freundin damals diese Szene gezeigt hat und, und so gelacht hat und es so witzig fand. Äh, einfach wie das dargestellt wurde. Und ich weiß noch, ich selber habe mir gedacht, so, ja, ist cool gezeichnet, aber ich finde es gar nicht so witzig. Irgendwie, keine Ahnung, unser Humor war da, glaube ich, anders. Oder ich war eher so diesen Slapstick-Humor gewohnt. Aber ich fand es auch irgendwie cool. Und es war dann halt super, dass ich jemanden hatte, mit dem ich irgendwie dieses Interesse an Ranma und dann an Manga allgemein teilen konnte. Äh, das war, das war auf jeden Fall sehr cool. Und ich glaube, es war, es war einfach die Mischung, die mich dann bei Ranma gehalten hat. Also dieses, du hast irgendwie coole Kämpfe, ähm, du hast interessante Charaktere. Es sind alle noch SchülerInnen, ähm, womit man sich ja dann auch total identifizieren kann, wenn man selber so in diesem Alter ist. Und man diese Fantasie hat aber so, oh, wie cool wäre das, wenn man Martial Arts könnte. Weil das ist ja auch etwas, äh, was, 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 was zu der Zeit auch richtig in war mit Jackie Chan im Fernsehen. Und ich fand das auch cool. Und ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass Ranma ein Hals so ein bisschen so eine Parodie auf diesen Martial Arts-Wahn in den 80ern sein sollte. Und deswegen ist da irgendwie alles mit, mit jeder Art von geheimer Technik und was weiß ich. Ähm, aber ja, und es waren dann halt auch, also es kamen auch immer wieder interessante Charaktere dazu. Äh, und das hat mich auch lange bei der Stange gehalten. Und letztendlich war es dann eben für mich auch die Frage so, wird Ranma jemals seinen Fluch brechen? Ähm, werden die beiden jemals zusammenkommen? Wird Ranma jemals von irgendjemandem besiegt werden? Das sind, das sind, glaube ich, eigentlich so diese drei großen Punkte, die sich da so durchziehen. Wir haben jetzt vorhin noch gar nichts zur Mangaka gesagt. Das möchte ich jetzt noch nachholen. Wir haben den Namen gehört. Also Rumiko Takahashi hat diese Serie geschöpft. Es war nicht ihre erste Serie. Auch hier mal wieder kurz ein paar Fakten. Rumiko Takahashi, ähm, geboren am 10. Oktober 57 in Niigata. Sie ist eine der berühmtesten japanischen Comiczeichnerinnen und wird oft Prinzessin des Manga genannt. Sie ist eine der reichsten Privatpersonen in Japan. Ihr Jahresverdienst wird auf umgerechnet zwei bis drei Millionen Euro geschätzt. Neben langen Serien schreibt sie auch zahlreiche Kurzgeschichten. Und, ähm, zu ihren Werken gehören die Reihen Urusei Yatsura von, also 1978 ging das quasi los mit ihrer Veröffentlichung. Das waren 34 Bände, dann Maison oder Maison Ikoku in 15 Bänden, Rumiko Theater in vier Bänden, Mermaid Saga in vier, Rumik World in drei, dann Ranma in 38, One Pound Gospel vier Bände, Inuyasha 56 Bände. Ach Gott. Kiyokai Norine, 40 Bände, äh, dann eine Kurzgeschichte und jetzt aktuell seit 2019 die Reihe Mao bisher acht Bände. Also die Dame ist immer noch sehr aktiv dabei, Manga zu machen und zu veröffentlichen. Wie gesagt, geboren. Wow. 1957, also schon etwas betagter, ähm, aber, ja, wie gesagt, da noch, ähm, sehr aktiv. Ich meine, du hast doch auch Inuyasha vielleicht gelesen oder irgendwas anderes von ihr zumindest teilweise mal gelesen? Richtig, ja. Ich habe tatsächlich zwei Bände von Maison Ikoku, die habe ich erst viel später, äh, gekauft. Aber ich habe auch, ähm, ich weiß nicht wie viele, aber ich habe angefangen, äh, nachdem ich mit Ranma fertig war, Inuyasha zu kaufen, äh, oder zu sammeln. Bin dann aber auch irgendwann ausgestiegen, weil das halt echt ewig ist und ewig viel. Und tatsächlich, äh, fand ich den, also irgendwie, wie es, die Richtung, in der sich ihr Zeichenstil entwickelt hat in Inuyasha, hat mir dann nicht mehr so gefallen. Er wurde halt immer eckiger und die Art, wie sie die Figuren gezeichnet hat, wurde immer simpler, stimmt nicht. Aber sie hatte da eine sehr starke Stilisierung und ich fand es damals störend. Jetzt finde ich es eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr störend. Ich finde es eigentlich jetzt eher recht cool, auch wie sich ihr Stil weiterentwickelt hat. Und man erkennt sofort, dass es von ihr ist. Also, man erkennt, finde ich, bei all ihren Werken, so, das ist ihr Style, aber trotzdem verändern sich dann natürlich Details. Ähm, und Inuyasha ist eigentlich interessant, weil es halt so ein bisschen, äh, so japanische Folklore ist, was auch ganz cool ist. Aber du hast auch sehr schnell wieder so ein, äh, so ein Will-they-Won't-they, äh, Rom-Com-Dynamik zwischen der weiblichen Hauptperson und diesem Halbdämon Inuyasha. Und, ähm, tatsächlich fand ich Inuyasha auch so ein bisschen unsympathisch. Ich weiß nicht, der hat mich ein bisschen genervt. Der war immer so aggro, äh, und das, also, keine Ahnung, irgendwann hat es mich nicht mehr bei der Stange gehalten und ich bin ausgestiegen. Aber ich wusste gar nicht, dass sie jetzt 2019, äh, wieder angefangen hat, was Neues zu machen. Da, da bin ich gerade jetzt am erstauntesten drüber. Ja, das, äh, also, ich, ich wusste das natürlich sowieso nicht, äh, weil ich mich da nicht so tief genug auskenne. Aber Wikipedia hat mir das zumindest gesagt. Es scheint aber auch für diese neue Reihe noch keinen Wikipedia-Eintrag zu geben. Das heißt, also, das gibt's bei uns offensichtlich bisher auch nicht. Und vielleicht auch noch nicht in, in, äh, ja, Frankreich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Frankreich, Frankreich, Amerika wären ja für uns wahrscheinlich so die, die Referenzmärkte, wo eben häufig, äh, Manga von genommen werden, die dann auch bei uns erscheinen. Ähm, ja, keine Ahnung, hab ja auch, auch in die Richtung hab ich jetzt noch nicht weiter recherchiert. Aber wäre auf jeden Fall mal interessant, da mal zu gucken, worum es sich da handelt. Also, was ich noch weiß, ist, dass sie 2019 auch für ihr Lebenswerk, äh, einen großen französischen Preis bekommen hat. Äh, ich versuche ihn jetzt auszusprechen, aber ich werde mich wahrscheinlich, äh, blamieren. Das ist der Grand Prix d'Angoulême? D'Angoulême? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob du den kennst. Naja, das ist, äh, halt der, der große Preis von Angoulême, dem Comic-Festival in Angoulême, dem größten europäischen Comic-Festival. Genau, richtig. Ich kann es noch nie aussprechen. Also, ich kann auch kein Französisch, aber ich, ich hab's irgendwie, ich kenn's als Angoulême. Ähm, ich, ähm, was ich weiß ist, also ich fand es natürlich cool, dass sie da für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, aber ich glaube, also wenn ich mich jetzt recht erirren, das könnte jetzt auch sein, dass ich Blödsinn rede, aber ich glaub so, im Jahr davor war so ein bisschen die Kritik laut geworden, dass bei dem Preis auch immer nur, äh, alte weiße Männer oder vielleicht auch alte, äh, nicht, nicht alte, sondern einfach nur weiße Männer, immer nur, äh, ähm, mit Preisen überschüttet werden und ich glaub, dann war das so, 2019 haben sie sich gedacht, okay, scheiße, wir brauchen jetzt irgendjemand anderes und haben irgendwie Rumiko Takahashi, äh, aus dem Archiv gekramt. Angeblich, also, äh, kann jetzt auch sein, dass ich Blödsinn sage, das war nur die, die Erinnerung, die ich daran hatte. Ähm, aber natürlich, also, in Japan ist sie eine, eine riesige Ikone und, ähm, ich wusste tatsächlich nicht, wie reich sie ist, aber das ist ja sehr, mit, mit, mit eigentlich allen ZeichnerInnen aus den, den 80er-Jahren, die erfolgreich waren, die, die haben ja echt, echt viel Kohle mit ihren Bänden machen können. Also, das, das Gespräch hatten wir ja dann auch schon bei Akira Toriyama und Dr. Slump. Es gab natürlich dann auch Anime-Adaptionen, äh, von, von Ranma und sicherlich ganz viel Merchandising, also, da steckt ja schon immer ein Haufen Kohle dann auch drin bei, bei wirklich erfolgreichen Manga rein und dann natürlich all die Verkäufe ins Ausland ja auch, die ganzen Lizenzen, die ganzen Veröffentlichungen in, in anderen Märkten. Und, ja, da, da, da scheint wahrscheinlich ein bisschen was zusammengekommen zu sein. Wir sind jetzt ja gerade auch in so einer neuen Blütezeit des Manga in Deutschland. Manga ist ja eines der Segmente, die in der Pandemie sehr, sehr stark zugewonnen haben. Stimmt, ja. Also, hat sich verkauft wie, wie irre die, die letzten paar Jahre. Sehr, sehr interessant, das gerade zu beobachten. Ich habe auch neulich gelernt, weil es immer heißt, dass es in Deutschland ja nur wenige ComiczeichnerInnen gibt, die davon vom Comiczeichnen auch leben können. Und bei diesen Diskussionen, die ich zumindest so mitkriege, wird nie über Manga gesprochen. Und ich habe jetzt neulich auch gelernt, dass es also auf jeden Fall auch deutsche Mangaka gibt, die vom Mangazeichnen leben. Wie gut die verdienen, weiß ich nicht, aber zumindest leben sie davon. Und das fand ich ganz interessant, also, weil das so ein Aspekt ist, der häufig ausgespart wird. Wie gesagt, in den Diskussionen, die ich so mitkriege, wenn es darum geht, kann man denn vom Comiczeichnen leben. Da möchte ich auch noch mehr drüber lernen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber kommen wir zurück zu Ranma. Jetzt habe ich gerade den Anime oder die Anime-Reihe angesprochen. Hast du das mal gesehen oder hast du das früher auch irgendwie geguckt? Ja, das kam tatsächlich auf RTL 2 früher. Und ich war dann natürlich mega begeistert, dass es zu dem Manga, den ich lese, auch eine animierte Serie gab. Wobei ich natürlich, also, das hatte ich sehr oft mit Anime-Serien, dass ich, ich hatte andere Stimmen im Kopf. Und dann hörst du die Stimmen im Anime und denkst dir so, what the fuck, nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber irgendwann vergisst man dann schon, wie die Stimmen im eigenen Kopf geklungen haben und gewöhnt sich dann an die Anime-Stimme. Was ich ein bisschen, keine Ahnung, komisch fand von der Entscheidung her war, dass sie die Haare von der weiblich gelesenen Form von Ranma rot gemacht haben, während seine Haare normalerweise schwarz sind. Ich weiß nicht, warum sie es jetzt nötig fanden, da irgendwie einen visuellen Unterschied zu machen, aber es funktioniert halt in ein paar Szenen nicht. Weil das Manga ist in schwarz-weiß, die Haare von Ranma sind immer schwarz und da hast du halt viel mehr Verwechslungssituationen, die dann eigentlich im Anime nicht funktionieren. Wo du dir denkst, sind jetzt alle Figuren irgendwie farbenblind oder so oder warum checken sie es nicht? Das fand ich einfach nur komisch von der Entscheidung her. Aber tatsächlich, witzige Anekdote, ich habe damals noch mit dem VHS-Kassettenrekorder eine Sendung aufgenommen, um den Titelsong zu lernen, der tatsächlich das japanische, nee, es war nicht das japanische Original, es war das deutsche, glaube ich. Oh, jetzt bin ich mir schon gar nicht mehr sicher. Es war die gleiche Melodie, aber ein deutscher Text, so war es. Oder waren die ersten Folgen sogar noch mit dem japanischen Originallied? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube tatsächlich, dass ich das japanische Lied gelernt habe. Ich habe auf jeden Fall eine Folge aufgenommen und dann immer wieder zum Anfang gespult, so, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden laufen lassen, versucht, ich habe versucht mitzusingen, wieder zurückgespult und habe mir nach und nach dieses Lied eingeprägt. Und das ist ein Aufwand damals technisch gewesen, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, mit dem Hin- und Herspulen vom VHS-Kassettenrekorder und auch diese Absurdität, so, wenn du es nicht aufnimmst, dann kriegst du den Song nirgends anders her. Also, du konntest jetzt nicht einfach eben ins Internet gehen und auf YouTube nachschauen, gab es damals noch nicht. Ja, und ich habe da einfach mal, da waren meine Eltern unterwegs und ich habe irgendwie den ganzen Abend damit verbracht, diesen Song zu lernen. Und tatsächlich, wenn ich ihn höre, habe ich auch immer das Bedürfnis, mitzusingen, aber natürlich kann ich ihn nicht mehr so wie damals. Ich habe die Reihe tatsächlich auch auf YouTube gefunden. Da habe ich mir die erste Folge mal angeschaut, auch irgendwann schon lange her, mittlerweile einfach um es mal kurz gesehen zu haben, aber ja, hatte in dem Moment jetzt auch nicht den Eindruck. Also, ich wollte dann jetzt doch erstmal die Manga-Bände dann auch lesen und nicht parallel die Anime-Reihe dann schauen. Aber ja, so auf dem ersten Eindruck sah es ganz okay aus. Aber nicht so, dass ich gedacht habe, Mensch, ich muss jetzt zwingend mehr von der Trick-Reihe sehen, lieber die Bände lesen. Ja, also, was mir ganz oft aufgefallen ist, wenn eben Manga in Anime umgesetzt wurden, dass ich einfach das Gefühl hatte, die einzelnen Anime-Folgen sind so ein bisschen, da passiert weniger oder es wird halt einfach sehr gestreckt manchmal von dem, was inhaltlich passiert. Und in so einem Band kommt dir das, also, wenn du es liest, kommt es dir actiongeladener vor. Es geht alles schneller, weil du es natürlich auch schneller lesen kannst. Und irgendwie hast du das Gefühl, in der gleichen Zeit mehr in Erfahrung zu bringen, mehr Action zu haben, irgendwie mehr Geschichte zu kriegen. Und das war etwas, was mich dann gestört hat. Vielleicht auch gerade bei den Folgen, die ich schon kannte, dass du dir gedacht hast, so, oh, puh, wann kommt jetzt endlich der Kampf? Hört auf zu reden, hört auf, euch anzugucken. Ich meine, ein ganz extremes Beispiel davon ist Dragon Ball, aber das ist ja auch noch, oder Dragon Ball Z eher, das ist noch mal eine andere Geschichte. Aber ich persönlich war dann eh immer mehr der Manga-Fan als ein Anime-Fan. Also, ich lese es einfach lieber. Ja, ich hatte jetzt da auch so den Eindruck, dass es mag zwar irgendwie paradox klingen, aber dass beim Bewegt-Bild nicht die gleiche Dynamik rüberkommt, wie im gezeichneten Bild, jetzt speziell zum Fall von Ranma, wenn dann wahrscheinlich doch der Arbeitsaufwand sehr, sehr groß wäre, es so richtig geil zu animieren für Fernsehen und wahrscheinlich in den 80er Jahren oder so. Das, was die Zeichnerin halt im Manga auf eine Seite an Dynamik bringen konnte, was man als Leser oder Leserin dann eben im Kopf doch auch selber irgendwie noch so mit ergänzt und irgendwie in Bewegung bringt. Das konnte irgendwie so die Anime-Folge zumindest, die ich gesehen habe, nicht im gleichen Maße irgendwie bieten. Und ja, also zeichnerisch fand ich es wirklich richtig, richtig gut. Gut, ich habe jetzt nochmal heute geguckt, habe nochmal ein bisschen verglichen. Wie gesagt, ich habe die ersten fünf gelesen, die letzten vier und zwischendrin doch auch teilweise längere Pausen gehabt, weil es dann eben auch so ein bisschen so einen Abnutzungseffekt dann doch irgendwie hatte und natürlich auch noch andere Dinge irgendwie so passieren in einem Leben, dass man nicht ständig immer nur die Manga lesen kann. Und als ich dann die letzten Bände angefangen habe, und lasst uns da gerne mal ein bisschen drüber reden, wie die Manga-Reihe angefangen hat und wie sie aufgehört hat, mein erster Eindruck, den ich jetzt heute nochmal so ein bisschen nachgeblättert habe, dass in den letzten Bänden plötzlich mehr Panel auf den Seiten sind, also kleinere Panel und mehr Panel. In den ersten Bänden sind es sehr, sehr viele horizontale Panel und eher wenige auf einer Seite. Und bei den späteren Bänden hatte ich den Eindruck, sind es dann plötzlich doch eher viele so rechteckige, kleinere Panel. Ich glaube auch mehr Text irgendwie auf der Seite. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da ein bisschen Dynamik eben auch verloren gegangen ist in den letzten Bänden. Ich hatte da tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, da so richtig reinzukommen und Lust auch zu finden, das wieder zu lesen. Das ist das eine, das ist so ein bisschen das Formale. Ich habe jetzt hier gerade eine Seite vor mir. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Panel auf einer Manga-Seite. Neun ist eigentlich immer so das Maximum. Das ist schon so, dann hast du die Seite vollgepackt, wenn da neun Panel drin ist. Ja, also das ist schon sehr viel und die Seite daneben hat auch sechs, aber auch eher kleiner, eins, zwei, drei, vier, fünf, das sind auch sieben auf der nächsten Seite. Also mir hat da so ein bisschen die gestalterische Dynamik gefehlt. Und was mir daneben auch aufgefallen ist, wie gesagt, ist natürlich ein sehr, sehr großer Sprung von Band 5 zu Band 35, dass ich dann da den Eindruck auch hatte, dass, ja, dass es dann doch mehr um so Nebencharaktere ging, dass so die Geschichte zwischen Ranma und Akane dann erstmal so ein bisschen in den Hintergrund getreten war und dass es so ein bisschen auch so um uninteressantere Sachen ging. Teilweise dann auch so Geschichten, die nur so in einem Kapitel erzählt sind, die so ein bisschen nichtssagend auch irgendwie waren. Und dann gegen Ende, über die letzten paar Bände, geht es natürlich noch so um die große Endgeschichte, also das große dramatische Finale. Wird Ranma den Fluch loswerden? Wird Werner, Ranma und Akane ein glückliches Leben zusammenführen können? Wird jemand vielleicht sterben von den Figuren? Wo ich aber auch teilweise dann sagen muss, dass es mir gestalterisch dann oft auch recht konfus war, wo ich dann teilweise gar nicht richtig erkennen konnte, was in einem Panel überhaupt abgebildet ist, was da jetzt gerade zu sehen ist, wo ich dann wirklich so, ja, so drüber gelesen habe. Dachte, gut, ich erkenne es jetzt nicht, ich mache halt mal weiter. Was aber halt dann auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich nicht so richtig tief in der Geschichte drin war und nicht so richtig daran interessiert war, sondern wirklich nur so darauf hingelesen habe, naja, ich muss halt mal zum Ende kommen, damit ich halt einfach mal fertig werde. Aber die Begeisterung, die ich so in den ersten Bänden hatte, habe ich so in diesen letzten Bänden leider nicht im gleichen Maße wiederbeleben können. Was ist so dein Eindruck vom Beginn der Reihe und dann zum Ende der Reihe? Ich finde es total interessant, dass du das mit der Panelanzahl bemerkt hast, weil mir war es jetzt tatsächlich nicht bewusst aufgefallen, aber vielleicht auch, weil ich noch weiter gelesen habe und diese, das war wahrscheinlich so eine langsame Entwicklung und deswegen ist mir dann der Sprung, als ich nochmal Band 35 gelesen habe, das nicht so klar gewesen. Aber klar, also ich habe Band 1 vor mir liegen und ja, das stimmt, Band 1 lässt sich viel mehr Platz für die Panels, da gibt es sehr viel mehr große Zeichnungen, große Panels mit detaillierten Zeichnungen und das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und was mir aufgefallen ist, ich habe nämlich nochmal auch ein paar Seiten digital nachgeschaut und in der deutschen Ausgabe zumindest saugt das Papier die Linien sehr auf und macht sie irgendwie dicker. Also irgendwie die Feinheit fehlt, die du bei so digitalen Scans, wenn du einfach da mal so eine Bilder-Google-Suche machst, da siehst du einen Unterschied. Also die digitalen Scans, da siehst du irgendwie, das sind ganz feinere Outlines, da sind mehr Details, auch die Grauabstufungen sind viel, viel, viel besser als in der deutschen Ausgabe und es ging mir immer mal wieder in manchen actiongeladenen Bildern, gerade wenn das irgendwie nachts oder zu einem Gewitter oder so stattfindet, dann habe ich Probleme, das in den deutschen Bändern zu erkennen. Also ich verstehe, was du meinst. Das wird dann alles so ein Einheitspreis, so ein Einheitsmatsch und ich glaube, das ist ein bisschen der Druckqualität geschuldet, weil ich eben auch weiß, diese Zeichnungen gibt es in besserer Qualität, in besseren Abstufungen und da erkennt man alles. Also was jetzt, also das bedeutet trotzdem, dass, ja, in den letzten Bändern sind die Panels viel kleiner und ich glaube, ich glaube, wenn du so lange an der Serie arbeitest, bist du einfach in so einem Massenproduktionsmodus, wo es dann nur noch darum geht, okay, ich muss mir eine Story ausdenken und ich muss sie auf Papier bringen, während du bei Band 1 dir ja viel mehr Zeit lässt für die Charaktere und einfach vielleicht noch viel mehr Spaß daran hast, die Figuren zu zeichnen, weil sie für dich selber auch neu sind. Also die Kritik verstehe ich auf jeden Fall. dass du Probleme hattest, Dinge zu erkennen, würde ich jetzt eher mal der deutschen Druckausgabe verschulden und nicht der Zeichnerin. Aber ja, mich würde interessieren, ob du irgendwie einen Lieblingscharakter hattest, der dir besonders gefallen hat. Ah, das ist, da bin ich gar nicht vorbereitet auf solche Fragen, das ist sehr, sehr interessant. Ich habe natürlich dann auch wieder so die, die Problematik, dass ich mir die ganzen Namen dann auch gar nicht so richtig merken kann. Gute Frage. Also ich glaube, so richtig, also Shampoo mochte ich gerne dann, die aus China, die... Chinesische Amazone eigentlich. Stimmt, genau. Ja, genau, die auch kommt, weil Ranma sie in irgendeinem Kampf mal besiegt hat oder so und deswegen muss sie ihn töten und dann arbeitet sie da. Ranma hat ihn aber, hat sie aber in der weiblich gelesenen Form besiegt und da hat sie ihm den Todeskurs gegeben und sie will ihn töten. Aber als sie erfährt, dass Ranma ein Mann ist, hat sich das alles geändert, weil wenn eine Amazone von einem Mann besiegt wird, dann muss sie ihn heiraten. Und seitdem stellt sie Ranma sehr, sehr stark nach. Und ich weiß, dass ich sehr gelacht habe, als das erste Mal Ryoga in seiner Ferkelversion aufgetaucht ist, als Pichan. Also diese Ferkelfigur fand ich auf jeden Fall auch sehr gut. Also es gibt ja, wie gesagt, zwischendrin muss es ja ganz viele Figuren geben, die ich nicht kenne. In den letzten paar Bänden sind dann ja auch Figuren stark involviert, die für mich neu waren oder am Anfang noch nicht so stark mitintegriert waren. Ja, also, ja, es gab so die richtige eine Figur, die ich so richtig besser fand als alle anderen, gab es in dem Sinne so, glaube ich, nicht so richtig. Ich glaube, die meisten hatten irgendwie ganz was Interessantes, aber ja, wie gesagt, Shampoo fand ich ganz gut. Was mich immer, was auch so ein bisschen wahrscheinlich die Absurdität dieser Welt auch irgendwie so da spiegelt, es ist ja immer ein Geheimnis, dass Ranma sich verwandelt mit Wasser. Der Vater ist aber ständig ein Panda und niemand wundert sich. Also ein Panda, der nicht sprechen kann, der immer nur Schilder hochhält, wenn er was zu sagen hat, hat er irgendwie so ein Schild in der Hand, wo dann sein Text draufsteht. Und das ist vollkommen normal. Der hilft dann, glaube ich, beim Arzt irgendwie auch so aus oder so. Irgendwo arbeitet er dann so. Und darüber wundert man sich nicht. Aber Ranma, da ist es dann immer so, wo ist denn Ranma jetzt hin und wo kommt jetzt dieses Mädchen her? Und so. Und ja. Wobei es tatsächlich später dann in der Schule so ist, dass alle wissen, dass Ranma seine Form wechseln kann. Und Kuno ist der Einzige, der es nicht checkt, der es nicht akzeptieren will. Und der halt immer noch der weiblich gelesenen Version von Ranma nachstellt und halt irgendwie sie daten, schräg schräg heiraten will. Gleichzeitig aber auch immer noch auf Akane steht. Also im Prinzip will er sich zwischen beiden nicht entscheiden und will eine Beziehung mit beiden haben. Im Prinzip ist er polyamorös. Nur dieses Wort gab es damals noch nicht. Genau. Aber alle anderen wissen dann irgendwann so, ja, Ranma verwandelt sich. und rollen da schon so ein bisschen mit den Augen. Und für sie ist das auch nichts mehr Spannendes. Und Ranma spielt ja auch gerne mit seiner weiblichen Anziehungskraft. Also er lernt schnell, dass er halt diese weibliche Form für sich nutzen kann, indem er zum Beispiel andere Männer um den Finger wickelt damit. Später auch bei Kämpfen. Also es gibt irgendwie eine Person, der es total peinlich ist, Brüste zu sehen. Und er entblößt dann permanent seine Brüste, damit er einen Schlag landen kann. Also Ranma kämpft mit allen Mitteln. Auf jeden Fall ist es so, dass er am Anfang auch oft in der Schule versucht hat, irgendwie, keine Ahnung, Leute dazu zu locken, gewisse Dinge zu kaufen oder was auch immer. Indem er sich halt sexy angezogen hat in seiner weiblich gelesenen Form. Aber irgendwann, nachdem das auch alle wussten, hat es auch keinen mehr gejuckt. Also es war dann echt so dieses so, es ist nur Ranma, okay, dann gehen wir wieder. Und das fand ich auch ganz witzig. Es ist sowieso, also das ist noch mal ein Thema für sich, da können wir auch gerne drauf eingehen, so dieses Spiel mit Geschlecht und das Ausnutzen von irgendwelchen Klischees. Das wird ja auch sehr, sehr viel gemacht in der Serie. Und auch das, es passiert ja auch immer mal wieder, dass es eine andere Bedeutung hat, wenn er etwas in seiner weiblich gelesenen Form macht, wie wenn er es in seiner männlichen Form macht. Also zum Beispiel, dass eben Shampoo ihn töten will, weil sie denkt, dass er eine Frau ist. Und dann, obwohl er ja genau das Gleiche gemacht hat, aber sie weiß, er ist sein Mann, will sie ihn plötzlich heiraten. Und sowas ist halt immer wieder so dieses, also später kommt dann noch Ranmas Mutter ins Spiel, recht am Ende. Die, ja, die ist echt noch mal eine Sache für sich. Auf jeden Fall, die ist halt sehr darauf aus, dass Frauen weiblich sind. Und als sie Ranma das erste Mal begegnet, also sie weiß natürlich nicht, sie hat ihren Sohn seit Kindertagen nicht mehr gesehen, das heißt, sie weiß nicht, wie er aussieht. Und sie weiß natürlich auch nichts von seinem Fluch. Und sie begegnet der weiblichen Form von Ranma zuerst und schältet sie dann und sagt halt, sagt Ranma im Prinzip so, ja, aber so benimmt sich doch eine Dame nicht und bla, bla, bla. Und ist da immer sehr krass darauf aus, irgendwie so diese geschlechtlichen Regeln und Rollen aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, das ist auch so ein Kampf in dem Manga selber und auch ein Kampf, den ja Ranma führt. Ranma ist ja sehr auf seine männliche Wirkung aus und also er ist schon sehr toxisch maskulin, muss man sagen, gerade am Anfang. Was auch, also das ist mir damals nicht so aufgefallen, aber jetzt beim Wiederlesen war das echt so, wo ich mir gedacht habe, uff, oh Ranma, du machst dich gerade nicht beliebt. Und, also, keine Ahnung. Es ist auch sehr viel seine eigene Unsicherheit und man merkt dann auch so, wenn man mehr über Ranmas Vater erfährt und wie er ihn trainiert hat. Also es ging Ranmas Vater eigentlich nur darum, Ranma in so den stärksten Martial-Arts-Kämpfer zu wandeln, den es halt gibt und ihn ein, wie wurde das bezeichnet, irgendwie, ein Mann unter Männern oder so was. Oder, keine Ahnung. Also so was, so ein richtiges männliches Ideal aus ihm zu machen. Das heißt, es ist kein Wunder, dass Ranma selber so toxisch maskulin ist. Und er macht gerade am Anfang alles schlecht, was irgendwie weiblich ist oder weiblich gelesen wird oder irgendwie mit klischeehaften Femininsein zu tun hat. Und hat deswegen auch sehr mit dieser Form zu kämpfen. Und interessanterweise macht er dann auch später, in seinen, also er ist auch manchmal so in seiner weiblichen Form unterwegs, was interessant ist. Und er macht dann oft Sachen, die er als Mann nicht machen würde, weil er da Angst hat, sozusagen als unmännlich zu gelten. Also zum Beispiel, das habe ich irgendwo gelesen, in Japan wird das halt als sehr feminin angesehen, so Süßigkeiten und Eis zu essen. Das sind halt gerade solche größeren Eiscups, die man sich halt irgendwo in einem Café oder so mal holt. So Eisbecher. Und das macht er immer wieder in seiner weiblich gelesenen Form. Da setzt er sich einfach irgendwo in einen Café und isst einfach mal so einen geilen Becher. So einen geilen Eisbecher. Und das fand ich sehr spannend. Also er merkt dann ja auch später selber, dass es für ihn eigentlich auch eine Befreiung sein kann, zwischen diesen Formen zu wechseln. Ja, aber jetzt habe ich voll meinen Faden verloren, voll vergessen, worauf ich hinaus wollte. Aber es ist interessant, also sein Kampf damit und seine Männlichkeit. Und es ist immer wieder irgendwie auch ein Thema in dem Manga. Und also allgemein, wie gesagt, Geschlecht. Später kommt dann auch noch das Thema Cross-Dressing dazu. Da will ich dann auch gerne noch mal drauf eingehen. Da gibt es dann drei unterschiedliche Charaktere, die im Prinzip Cross-Dressing betreiben, woran man dann auch erst denkt so, oh, die haben den gleichen Fluch wie er. Aber nein, sie haben andere Gründe und auch sehr absurde Gründe. Und das ist irgendwie interessant. Man sieht halt sehr, dass diese Perspektive, aus der diese Geschichte erzählt wird, zum einen schon sehr alt ist. Also es kam ja aus den 80er-Jahren. Und da waren wir ja irgendwie von den Klischees her auch noch woanders, wo wir jetzt sind. Dann natürlich in Japan ist ja auch noch mal ein anderer Kulturkreis. Da ist die Konversation dann auch noch mal eine andere. Aber natürlich ist auch der ganze Blickwinkel darauf sehr heteronormativ. Also im Prinzip sind alle heterosexuell, will ich damit sagen. Und es wird gar nicht daran gedacht, dass es auch Homosexualität geben könnte. Oder wenn, dann wird das nur so ein bisschen als Schocker oder als Missverständnis dargestellt, so als Witz. Aber nie als wirkliche Option, sag ich jetzt mal. Und tatsächlich ist mir da auch aufgefallen, dass Akane sehr oft sehr homophobisch Sprüche rauslässt, wo ich mir dann halt auch denke so, what the fuck Akane, ich dachte, ich mag dich, aber irgendwie machst du es mir gerade schwer. Und zum Beispiel, es gibt, das war auch in der Story-Arc, woran man diese Eislauf-Martial-Arts-Kämpfe hat. Und er wurde eben in seiner weiblichen Form herausgefordert. Deswegen tritt er da auch in dieser Form an. Und er wird dann halt von einem anderen Typen geküsst. Und das war sein erster Kuss. Und er ist natürlich mega geschockt, mega am Boden. Er wollte das natürlich auch nicht. Also von daher war es auch nicht so cool. Aber das Geile ist, dass halt Nabiki, was die ältere Schwester von Akane ist, dann einfach sagt so, ja, aber wenn es ein Mann war, dann zählt es ja nicht. Du bist ja auch ein Mann, so ungefähr. Ah ja, es zählt nur, wenn ein Mann eine Frau küsst oder eine Frau ein Mann und küsse zwischen dem gleichen Geschlecht. Die werden einfach nicht als geltend gewertet. Das war nicht ganz interessant. Und wenn du magst, also ich habe so viele Dinge, die ich sagen will. Mach einfach weiter. Als Wasserfall raus. Einfach alles raus damit. Also ich kann gerne noch mal darauf eingehen, dass Ranma 1,5, das, also vielleicht hat es mich deswegen auch damals unbewusst fasziniert. Und mir ist das jetzt erst beim Wiederlesen auch noch mal so richtig, richtig klar geworden. Eigentlich ist Ranma 1,5 aus Versehen queer. Also es ist so eine Geschichte, es geht eigentlich um einen heterosexuellen Jungen, der eben eine Rom-Com-Liebelei mit einem heterosexuellen Mädchen hat. Und es ist von einer heterosexuellen Frau geschrieben. Aber so diese ganzen Vibes, die da drinnen sind, sind super queer, super trans, super gay, super alles irgendwie. Und ich finde das super, also ich finde es so faszinierend, wie blind, glaube ich, auch die Autorin selber zu dieser Tatsache war und wie sehr das halt ein Ausversehen war. Aber trotzdem auch wie viele Leute das dann wahrscheinlich dadurch angesprochen hat und mich eben auch durch dieses Spiel mit dem Geschlechterwechsel und was weiß ich. Und das, also im Prinzip gibt es so viel, was man da irgendwie auseinandernehmen könnte von diesen Aspekten her. Und was man zum Beispiel auch machen kann, was ganz interessant ist, ist, dass man Ranmas Erfahrung mit diesem Fluch, mit dem er sich da in China geholt hat, mit den Quellen, dass man das eigentlich auch so ein bisschen als eine Erfahrung von einem Transmann interpretieren könnte. Weil im Prinzip, wenn er in dieser weiblich gelesenen Form ist, ist immer sein Ziel, wieder zurück in seinen Cis-Männerkörper zu kommen. Er will wieder als Mann gesehen werden. Das ist das Wichtigste und es gibt auch später eine Story, wo er sich nicht umwandeln kann. Wobei das passiert, glaube ich, immer mal wieder, wo er dann in seiner weiblich gelesenen Form festhängt und da sehr darunter leidet. Und es, also, und trotzdem benimmt er sich ja weiterhin sehr, sehr maskulin, sehr männlich. Und auch die Leute in seinem Umfeld, die ja auch von, von, von seiner Identität wissen, benutzen ja auch weiterhin männliche Pronomen für ihn. Und das, das finde ich halt interessant, dass es so sehr in, eigentlich in diese transmaskuline Richtung geht, die aber natürlich von der Autorin gar nicht so gewollt oder geplant war. Ich bezweifle mal hart, dass sie sich jemals mit dem Thema befasst hat. Aber ich fand, ich fand das eben sehr faszinierend. Und er ist dann natürlich auch immer wieder am glücklichsten, wenn er zurückkehrt in seinen ursprünglichen Körper. Also, das ist, deswegen versucht er ja auch diesen Fluch loszuwerden, was für andere Leute vielleicht gar nicht so, so wichtig wäre. Also, ich habe zum Beispiel auch mal darüber nachgedacht, so, wie wäre es zwischen diesen zwei Körperformen zu wechseln? Klingt ja eigentlich total spannend. Aber für Ranma war klar so, nee, es gibt einen Körper, den er halt klar bevorzugt. Und, genau, Punkt, erstes Thema. Ja, willst du mal wieder was sagen oder soll ich einfach weiter wie ein Wasserfall reden? Ich kann bloß mal kurz vielleicht noch zu dem, was du bisher gesagt hast, nur so kleine Einschübe machen. Also, hast du ja schon angesprochen, dass natürlich zum einen die Geschichte so aus den 80er Jahren ist und zum anderen eben aus Japan. Und Japan ist ja auch bis heute, wenn es um Homosexualität geht, wenn es um queere Themen geht, immer noch auf einem ganz anderen Stand als wir es jetzt hier sind. Und bei uns in Europa, sagen wir mal, Deutschland, Europa ist ja auch nicht eins und so, aber wir sind ja überall nicht irgendwie auf dem Top-Level. Aber in Japan ist es tatsächlich ja auch durch diese extrem ritualisierte Kultur, ritualisierte Gesellschaft und auch diese, ja, ein bisschen so eine, nicht wirklich Kastenwesen, aber trotzdem ja auch so eine Hierarchisierung irgendwie der Gesellschaft, was sich ja auch in der Sprache widerspielt und alles. Ja, gerade was diese Themen angeht, ja auch wirklich noch auf einem ganz, ganz anderen Level. Weswegen natürlich aus heutiger Sicht, wenn man jetzt den Comic liest, all diese Themen, die du jetzt auch angerissen hast, einem natürlich ganz anders ins Auge springen, als es damals, also in Deutschland der Fall gewesen ist und in Japan ja dann erst recht. Und natürlich die Figur Ranma und sein Wunsch in seinem, ich sag mal, Ursprungskörper fest auch wieder sein zu können und wieder als Mann gesehen zu werden, wie die Gesellschaft es auch von ihm erwartet hat und wie auch seine Eltern ihn erzogen haben. Und wenn ich das jetzt in der Recherche auch richtig gelesen habe, also du hast ja gesagt, dass die Mutter ihn ja seit Kindestagen nicht gesehen hat, weil der Vater mit ihm losgezogen ist und ihn irgendwie in Kampfkünsten zu unterrichten und das anscheinend, wenn ich das jetzt mich recht erinnere, ja auch die Mutter quasi das Versprochen abgerungen hat oder so, dass das also quasi aus Ranma einen echten Kerl zu machen. Und wenn das nicht klappt, dann müssen Vater und Ranma rituellen Selbstmord begehen. Genau. Also als die Mutter dann auftaucht, ist das dann eben natürlich auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass immer ein Geheimnis bleiben muss, dass Ranma teilweise in einem weiblichen Körper drinsteckt, weil sonst müssen wir uns umbringen. Und genau, dass das so dieser... Dass er auch so einen Outing-Aspekt hat, so nach dem Motto, vor meiner Mutter kann ich mich nicht outen. Ja. Sonst hat das extreme Konsequenzen und sie wird mich nicht mehr als echten Mann wahrnehmen. Das war, das ist so auch so die Angst, was halt auch irgendwie wieder so super queer ist eigentlich. Ja, genau. Und auch so dieser Druck der vorangegangenen Generationen, also diese klare Trennung aus Mann und Frau und aber auch die Einheit, also die Ehe quasi von Mann und Frau, dass das alles so war es schon immer, so muss es sein und so gehört sich das irgendwie und dass dann die Nachfolgegeneration dann aber mit anderen Themen konfrontiert ist oder Themen auch anders sieht und das aber irgendwie auch in der Diskussion mit der vorangegangenen Generation schwierig ist. Du hast es ja gesagt, also die Intention war wahrscheinlich gar nicht so richtig drin angelegt, aber trotzdem kann man es reinlesen, sowas passiert ja immer mal wieder in Geschichten, dass man dann so mit einem gewissen Abstand sich das anschaut und sagt, das ist doch vollkommen eine queere Geschichte. Das hat damals, als es rauskam, die wenigsten das so gelesen, aber so mit einem gewissen Abstand und auch natürlich einer gewissen Weiterentwicklung, was so die Diskussion angeht, was so die Analyse von solchen Geschichten angeht, dass man dann sagt, ja, also klar, das steckt da irgendwie alles mit drin. Ich habe mich letztes Jahr, als ich das gelesen habe, sehr, sehr stark wieder mit den Wachowskis und mit der Matrix und dem Gesamtwerk der Wachowskis auch beschäftigt. Wir haben ja Sense8 geguckt, haben wir ja auch mal darüber gesprochen und so. Und da ist es ja sehr, sehr ähnlich, also dass zumindest vom Publikumsseite her all diese Themen, die im Werk der Wachowskis drinsteckten, nicht erkannt wurde, bis die Wachowskis sich als trans geoutet haben und die gesagt haben, ja, für uns war das immer klar, wir haben das in unsere Geschichten immer reingepackt. Ihr habt es halt nicht erkannt oder erkennen wollen, aber es war schon immer da. Und das war ganz interessant. Ich kriege nicht mehr ganz hin, was meine Verbindung dabei war. Als ich Ranma gelesen habe und gleichzeitig mich so mit Matrix und so beschäftigt habe, habe ich so das Recherchieren angefangen, weil ich ja weiß, dass die Wachowskis ja auch so stark durch Anime und Manga mit beeinflusst waren. Und ich wollte irgendwie rausfinden, ob Ranma da irgendwie auch eine Rolle gespielt hat, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da sind so ähnliche Themen irgendwie drin. Was ich gefunden habe, dass es eine Menge Fanfiction gibt, so Fanfiction, Crossover, Ranma und Matrix. Das wusste ich nicht, aber das ist ja faszinierend. Ja, ich wollte da eigentlich mal was davon lesen, habe ich dann aber immer noch nicht geschafft gehabt. Aber das kann man, also online kann man da so Geschichten finden, so Crossover-Sachen. Ich konnte jetzt nicht finden, ob jetzt die Wachowskis direkt durch Ranma irgendwie beeinflusst mitfahren, ob sie es gelesen haben oder nicht oder geguckt haben, keine Ahnung. Ja, aber genau, also das sind auf jeden Fall extrem spannende Aspekte, über die man hier sprechen kann. Und ja, da geht es natürlich auch noch, worüber wir noch nicht so richtig viel gesprochen haben, Nacktheit von Schulkindern. Ja, das hatte ich tatsächlich, das hatte ich auch vorhin nochmal im Kopf, wo ich mir gedacht habe, ah, das habe ich auch ganz vergessen anzusprechen. Natürlich, so wie du es formulierst, klingt es jetzt super schlimm, Nacktheit von Schulkindern. Ich habe das damals, weißt du, selber in der siebten Klasse, glaube ich, fand ich das wahrscheinlich ziemlich spannend und reizvoll, dass man da immer mal wieder Bubis gesehen hat. Das war wahrscheinlich schon, es war wahrscheinlich auch ein Selling Point bei Ranma allgemein, dass du immer mal so ein bisschen wieder Nacktheit hattest. Das Publikum waren ja auch irgendwie so Schüler, SchülerInnen, aber gleichzeitig natürlich jetzt, wenn man so denkt, so ja, das sind alles 16-jährige Kinder oder Jugendliche und sie werden sehr oft nackt dargestellt. Das ist natürlich auch was, was man früher ganz anders gehandhabt hat, jetzt nicht nur in diesem Manga, sondern auch generell, auch wenn man alte Filme schaut oder sowas, wo, ja, die Macher da mit Nacktheit auch bei jüngeren Menschen anders umgegangen sind und sich weniger dabei gedacht haben, was man heute dann irgendwie wieder kritischer beobachtet und betrachtet. Aber, ja, mach doch du mal weiter mit deinen Punkten, die du noch besprechen wolltest. Ich habe gerade, ich überlege noch, ich habe das Gefühl, ich wollte auf das, was du gerade gesagt hast, noch was antworten. Aber jetzt mit der Nacktheit habe ich total den Faden verloren. Du kannst auch gerne darüber noch weitersprechen, falls du dazu noch was zu sagen hast. Nein, es ist nur etwas, was mir eben auch schon damals natürlich aufgefallen ist. So, oh mein Gott, da werden einfach so unzensiert Brüste gezeigt. Und ich glaube, da war ich damals halt sehr erstaunt von und wahrscheinlich auch positiv überrascht, selber als Jugendliche. Und tatsächlich, also man sieht zwar keine Geschlechtsteile, aber tatsächlich sind ja auch die männlichen Figuren immer wieder oben ohne dargestellt. Und das sind ja auch alles idealisierte Körper. Man könnte jetzt gemein sein und sagen, im Prinzip gibt es nur zwei Körpertypen in einem Manga. Es gibt so den Standard weiblichen Körpertyp und den Standard männlichen Körpertyp. Und dann gibt es unterschiedliche Köpfe dazu. Also es gibt jetzt nicht sehr viele Variationen in den Körperformen selber. Das heißt, keine Ahnung, ich finde Ranmas Körper, wenn er weiblich gelesen ist, sieht genauso aus wie Akanees Körper. Und trotzdem wird dann immer wieder gesagt, dass Akane so kleine Brüste hat und Ranma viel besser besetzt ist. Und ich denke mir so, echt? Weil ich sehe es nicht? Egal. Es ist auch niemand irgendwie besonders dick oder unterschiedlich muskulös oder so. Man muss die Figuren an den Frisuren auseinanderhalten. Auf jeden Fall. In vielen Fällen. Bei manchen ist es noch so ein bisschen Kleidung, also gerade so Shampoo, die aus China kommt, hat so ein bisschen anderen Haarschmuck und sowas, was ein bisschen weniger japanisch ist, mehr chinesisch ist. Da kann man vielleicht noch ein bisschen auseinanderhalten. Aber ansonsten ist es tatsächlich häufig so, also wenn die Akane und ihre Schwestern irgendwie zusammen sind, man muss die alle an der Frisur auseinanderhalten. Was natürlich auch beim Spatzweiß-Comic tatsächlich, also da könnte Farbe noch ein bisschen eine Hilfestellung dann sein in den Momenten. Schwarz-Weiß-Comic dann eben nicht. Aber ja, mir ging es tatsächlich auch häufiger so, dass ich gedacht habe, ist jetzt auch nicht so 100 Prozent wichtig, ob ich genau weiß, welche Figur das jetzt gerade ist. Ich meine, das ist ja allgemein so ein Problem in vielen Manga, dass es immer nur so die Standard-Körperform gibt und keine Variation davon. Und auch etwas ist, was jetzt mehr so in westlichen Comics oder auch in Indie-Comics variiert wird, was ich auch ganz spannend finde. Aber gut, das war damals die Zeit. Und ja, ist halt einfach so. Ich habe schon wieder meinen Faden verloren. Im Sinne sind es ja alles Kampfsportler. Die müssen ja alle so aussehen. Das kann ja gar nicht anders sein. Ja gut, das könnte man argumentieren. Gut, dass es dann aber in der Klasse und so niemanden gibt, der anders aussieht, könnte man trotzdem sagen. Naja, unrealistisch. Aber ja, das müssen wir jetzt auch nicht so drauf eingehen. In dieser Welt gibt es einfach keine dicken Leute. Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, weil du Shampoo erwähnt hast, man könnte natürlich auch sagen, und das sage ich jetzt als weiße Person, die keine Ahnung hat, aber die Art, wie China dargestellt wird, ist schon so, das grenzt immer so ein bisschen an so stereotypischem Rassismus. Also China ist zum einen so dieses mysteriöse Land. Es ist ganz oft so, dass zum Beispiel Shampoo oder später auch ihre Großmutter oder auch manchmal Ranma oder sein Vater, die bestellen immer irgendwelche kuriosen Sachen aus China, so Heilmittel oder sonst was, mit der Hoffnung, dass sie dann ihren Fluch damit brechen. Und dann passieren halt kuriose Dinge. Also ganz oft gibt es irgendwelche magischen, mystischen Gegenstände aus China. Oder auch diese Tatsache, dass da die verfluchten Quellen sind. Oder die Tatsache, dass da einfach ein Amazonenstamm ist. Also weißt du, dieses so, oh, dieses Mystische, die Amazonen, ein Stamm, wo nur Frauen sind, die auch Kriegerinnen sind und alle sind sexy. Ja, setzen wir es mal nach China. Ähm, das, das, also das ist mir halt jetzt beim Wiederlesen aufgefallen, wo ich mir gedacht hab, so, hm, China wird da schon irgendwie in so ein komisches Licht gerückt. Und Shampoo hat auch einen krassen Akzent. Also sie spricht ja oder macht grammikalisch sehr, sehr starke Fehler. Ähm, das wurde ja auch so übersetzt. Und sie ist ja dann eigentlich so gesehen jahrelang in Japan dann. Aber irgendwie wird ihr Japanisch auch nie besser. Während ihre Großmutter, die dann später dazu kommt, irgendwie perfektes Japanisch spricht. Und das fand ich auch irgendwie super weird irgendwie. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt aber selber nicht irgendwie chinesisch oder chinesisch abstimmig. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht allzu viel Einblick geben. Es ist nur etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich auch das Gefühl hatte, so, ah, das ist vielleicht so ein bisschen touchy. Und, ähm, würde man jetzt bei uns zum Beispiel im Westen heutzutage anders darstellen? Oder schneller kritisiert werden dafür? Sag ich jetzt mal. Aber ich glaub, Japan hat ja eh so eine, so ein komisches Verhältnis zu China, dass sie zum einen zwar irgendwie, die Japaner denken ja immer von sich so ein bisschen, dass sie kulturell besser sind. Und halten auch Chinesen für sehr unhöflich, was ich so nachgelesen habe. Aber trotzdem gibt's so viele Leute, die da ganz gerne auch, äh, zumindest in den 80er-Jahren oder ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, äh, ganz gerne einfach ihren, äh, ihre Flitterwochen in China verbracht haben. Ähm, von daher, ja, scheint es da auch so eine Faszination mit dem chinesischen Festland zu geben. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es echt so diese Exotisierung. So, es ist, es ist fremd und anders. Aber eigentlich hängt das auch schon noch ein bisschen historisch mit unserem Kulturkreis zusammen. Keine Ahnung. Äh, nur so ein Gedanke am, am, am Rande, der mir aufgefallen war. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt auch. Ähm, das ist auch für mich natürlich hier aus, aus, aus meinem Standpunkt aus sehr, sehr schwer immer zu beurteilen sowas. Das ist, bei uns könnte man das ja quasi so ein bisschen mit vergleichen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine französische Figur irgendwie, ähm, in der, in der Geschichte hat, die halt nicht gut Deutsch spricht oder so. Und, und wo man sich über die, die französische Kultur ein bisschen lustig macht. Ähm, oder andere Länder eben. Ähm, aber, ja klar, dass es natürlich eine, trotzdem eine, eine starke Bindung ist, dass allein schon was die Schrift angeht, dass da Einfluss war. Und in Japan irgendwie, jedes, jedes Land irgendwie im Umkreis auch irgendwie mal besetzt und bekriegt hat und so. Das, immer noch eine angestrengte, ähm, ein angestrengtes Verhältnis mit Südkorea auch, bis heute ja, besteht immer noch. Ähm, und, äh, ja, mit, mit, mit China. Also, das ist tatsächlich auch so eine, so eine Sache. Also, nicht, nicht nur in Japan, sondern auch, auch hier habe ich schon viele Menschen, die regelmäßig geschäftlich mit chinesischen Menschen zu tun haben, nicht immer Gutes über, über chinesische Gebaren haben, sagen, hören. Und in, in Japan, äh, ja, kann man tatsächlich relativ häufig, äh, schon gut auseinanderhalten, wenn man irgendwie eine, eine Gruppe von Chinesen trifft, dass, äh, die meistens, äh, lauter sind als japanische Menschen und, äh, 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 etwas, äh, ja, etwas, etwas rüpeliger als, äh, als die zurückhaltende japanische Kultur. Ich würde direkter sagen. Also, ich glaube, die chinesische Kultur ist einfach direkter und die japanische ist ja sehr indirekt. Und wahrscheinlich wird das dann schon als unhöflich wahrgenommen. Ja, genau. Ja, so, ich glaube, so ist es wirklich. Ja, absolut, ja. Also, ich, ich war jetzt nicht in, in festen China, ich war nur in Taiwan. Aber was, was uns damals extrem stark aufgefallen ist, äh, als wir nach einem Monat Japan nach Südkorea sind. Und Südkorea war dann so, wie ich mir China ungefähr vorstelle, dass die Leute dann eben nicht so zurückhaltend waren und alles, äh, wieder etwas, äh, etwas rüppiger irgendwie, also, wie die Straßen gewirkt haben, wie die Menschen sich benommen haben, wie, wie wir wahrgenommen wurden auch als, äh, als offensichtlich Nicht-Asiaten, dass, äh, dass da ein großer Unterschied war zwischen, zwischen Südkorea und zwischen Japan. Und so stelle ich es mir ungefähr in China auch vor. Und ich glaube tatsächlich, dass eben, äh, die japanischen Menschen, wenn die damit konfrontiert sind, dann, äh, da, ja, auch gewisse Ressentiments, ähm, äh, pflegen. Und vielleicht spielt das da in dieser, in dieser Darstellung auch, äh, mit rein. Ähm, von, von den chinesischen Figuren ist es ja nicht nur Shampoo. Es gibt ja auch noch andere Figuren in der Geschichte. Und, ja, vielleicht auch, äh, einfach so dieser Aspekt, dass man, äh, den, den kulturellen Hintergrund auch tatsächlich darstellt. Also, dass man die Figuren unterscheidet, äh, auf sprachlicher Ebene, ähm, einfach dadurch, dass, also, um, 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 um den Lesenden klarzumachen, das sind japanische Figuren, das sind chinesische Figuren, die sprechen anders, damit, halt einfach irgendwie transportiert, also einfach quasi als, als Informationstransport. Ähm. Ich glaube einfach, dass, äh, das chinesische in Ranma einhalb so als das andere dargestellt wird. Also, zum Beispiel auch, wie, äh, Shampoo sich kleidet oder dann, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber Shampoo hat eigentlich auch einen Verehrer, ähm, der dann auch Ranma nicht mag, weil Shampoo eben in, in Ranma verliebt ist und er in, in Shampoo. Ähm. Ähm, aber er hat auch sehr traditionell chinesische Klamotten an, ähm, und auch, äh, die Großmutter von Shampoo ist eben auch immer in so traditionellen Kluften zu sehen, traditionellen Anführungszeichen, also, ich, ich weiß jetzt nicht, wie gut diese, diese Outfits recherchiert sind, aber es ist immer so, die, diese Figuren, die sind immer so einen Ticken anders, also, keine Ahnung, Akane und, und ihre Schwestern, die können irgendwie in Anführungszeichen normale Klamotten aus den 80ern tragen, aber Shampoo nicht. Ähm, und ich glaube, dass das einfach so, 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 so eine unbewusste Entscheidung von, von der Autorin war, die dann halt irgendwie mit, mit den chinesischen Figuren und mit China eben dieses, dieses Exotische verbunden hat, äh, und dann auch irgendwie immer das Bedürfnis hatte, das so darzustellen. Ja, stimmt schon, du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, Shampoo ist halt nicht einfach eine Schülerin, die kommt halt von einem Amazonenstamm, wo auch bestimmte Regeln herrschen und so, und dementsprechend, äh, ja, tritt sie natürlich auch eben anders auf und eben nicht in der Schuluniform, sondern eben in dem, was, was wir jetzt mal so als, als traditionell chinesisches Gewand irgendwie, äh, wahrnehmen würden, auch in einer gewissen Weise wahrscheinlich antiquiert, also auch, ähm, nicht, nicht modern, also nicht, nicht aus der Zeit, äh, in der die Geschichte eigentlich spielt, sondern eher, ähm, ja, aus, aus einer, aus einer Vergangenheit irgendwie so. Was mir gerade auffällt, ähm, wo wir so darüber reden, ist, also, Shampoo kommt eben von einem isolierten Amazonenstamm nach ins moderne Japan und dann, ähm, arbeitet sie da im Prinzip, äh, in einem Restaurant und liefert halt immer, äh, chinesische Nudelsuppe aus. Das ist im Prinzip dann das, womit sie ihr Geld verdient und später kommt dann noch ihre Großmutter, die dann eben das Restaurant leitet. Aber eigentlich ist es interessant, wie gut Shampoo in dieser Gesellschaft klarkommt und eigentlich müsste sie ja einen absoluten Culture-Clash haben, vor allem durch die Tatsache, dass ja, äh, in Japan in den 80er-Jahren, äh, alles sehr stark gegendert ist, ähm, dass, dass da eine sehr starke Trennung zwischen den Geschlechtern ist und auch zwischen den Rechten der Geschlechter. Und sie kommt ja von einem Stamm, wo es in dem Sinne nur ein Geschlecht gab oder eben die Frauen das dominante Geschlecht, äh, waren. Und sie müsste eigentlich da voll, äh, in einen Struggle geraten oder halt irgendwie in dieser Gesellschaft permanent anecken. Ähm, zusätzlich zu der Tatsache, dass sie ja plötzlich in die Moderne geschleudert wird, ähm, wenn sie davor in einem isolierten Stamm, äh, irgendwo im Nirgendwo gelebt hat. Also das, das sind gerade nur so Aspekte, wo, wo, die mir kommen, wo, wo ich mir denke, das wäre eigentlich faszinierend, wenn man das aufgenommen hätte. Und das ist auch so ein Punkt, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu diesen vielen Figuren, die dann einfach in Ranma immer wieder eingeführt werden. Ähm, es ist, es ist eigentlich schade, wie wenig mit den Figuren dann doch gemacht wird, weil es sind halt fast 40 Bände, du hast ein unglaublich großes Raster an Charakteren und trotzdem, nachdem Charaktere eingeführt werden und den ersten Konflikt mit Ranma oder Akane überwunden haben, sind sie plötzlich einfach in so einem Status Quo drinnen, den sie nicht mehr verlassen. Und man hätte da viel mehr machen können, man hätte auch viel mehr unter diesen Charakteren machen können, aber im Prinzip dreht es sich immer, ähm, entweder ist Ranma oder Akane der Liebesmagnet, der dann zu Konflikten führt. Also es gibt einfach sehr viele Leute, die in Akane verliebt sind, sehr viele Leute, die in Ranma verliebt sind und dann entweder die eine oder die andere Person ausschalten wollen deswegen, also weil sie eifersüchtig auf entweder Ranma oder Akane sind. Ähm, oder dann gibt's von diesen Personen, die in Ranma oder Akane verknallt sind, wieder welche, die in diesen Nebencharakter verliebt sind und deswegen mit Ranma zum Beispiel kämpfen wollen. Also es ist halt, es ist immer so die gleiche Motivation, immer das gleiche Thema. Und das finde ich eigentlich schade, vor allem weil die Figuren, also diese ganzen Nebenfiguren miteinander gar nicht so interagieren, selbst wenn sie in der gleichen Story drin sind. Ähm, und man da halt auch viel mehr Dynamiken zwischeneinander hätte machen können, die sich dann auch vielleicht wegbewegen von Ranma oder Akane. Oder man hätte halt sagen können, okay, Shampoo kommt irgendwann mit ihrem Typen da zusammen, der auch aus China ihr gefolgt ist. Und, äh, keine Ahnung, das entwickelt sich einfach woanders hin und Shampoo, keine Ahnung, setzt sich so ein bisschen zurück in der Hauptstory. Ähm, wobei Shampoo ein spaßiger Charakter ist. Also ich würde da eher jemand anderes wählen, der sich zurücknehmen sollte. Aber trotzdem so dieser Gedanke so, hm, irgendwie verändert sich da nichts. Das ist immer nur, es geht immer nur darum, dass die Leute die eine oder die andere Person daten wollen. Und das ist meistens irgendwie der Grund für die Konflikte. Und zum Beispiel mein Lieblingscharakter jetzt beim Wiederlesen, das war mir echt nicht bewusst, aber ich, ich bin, ich bin total begeistert von Ryoga, ähm, was eben ein Rivale von Ranma ist, der auch selber sehr viel trainiert und sehr stark ist. Also oft ist es so, dass, dass wenn, wenn die pure Stärke zwischen Ranma und Ryoga verglichen wird, ist eigentlich Ryoga der Stärkere. Ähm, und Ranma muss halt dann mit, mit Gewitztheit oder irgendwelchen neuen Techniken versuchen, Ryoga wieder zu besiegen, ähm, was mir nie so bewusst war. Aber das fand, fand ich sehr spannend. Und die haben eigentlich schon an sich eine interessante Dynamik, ähm, und ja, natürlich verliebt sich dann Ryoga in, in Akane und dadurch entsteht auch ein Konflikt. Was aber sympathisch ist, ist, dass er eben diese, ähm, verfluchte Schweinchenform hat, wo er sich in ein kleines schwarzes Ferkel verwandelt und, äh, das Kopf oder das Tuch, das er normalerweise als Kopftuch trägt, dann um den Hals trägt, äh, als Schweinchen und, ähm, dann das Haustier von Akane wird, aber eigentlich immer wieder für Monate verschwindet und Akane sich halt auch keine Sorgen darum macht, dass ihr Ferkel jetzt einfach wieder für Monate weg ist, nur um dann zwei Tage lang wieder aufzutauchen. Also man, man kriegt auch den Eindruck, alle in dieser Welt sind so ein bisschen naiv. Ja. Auch ein weiterer Unterschied zu unserer Welt, ähm, aber das ist ja völlig in Ordnung, ist ja auch ein Gag-Manga, sonst würde das nicht so funktionieren. Aber ja, keine Ahnung, Ryoga ist eigentlich ein cooler Charakter und auch witzig und sympathisch und er, im Gegensatz zu Ranma, hat er halt kein Problem damit, sein, also, verliebt zu sein und seine Gefühle zu zeigen. Er versucht's immer mal wieder, ähm, er versucht irgendwie mit, mit Akane zusammenzukommen, während Ranma da eigentlich echt kindisch ist und das halt irgendwie auch als schwach und unmännlich sieht, wenn man halt seine Gefühle zugibt, selbst wenn es um Liebe geht. Was halt eben so ein Ding ist, wo ich mir denke, so, okay, da ist eigentlich Ryoga weiter und in dem Sinne die bessere Wahl, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, er, er ist trotzdem immer wieder nur, also, er, er steckt halt auch in seiner Rolle fest, er, er, er geht trainieren, er kommt zurück, äh, er versucht irgendwie Ranma zu besiegen, entweder, weil er einfach zeigen will, dass er stärker ist als Ranma oder weil er halt eigentlich Akane daten will oder mal wieder auf Ranma sauer ist, weil er was missverstanden hat, ähm, bezüglich Akane und, ja, und, also, tatsächlich, äh, in späteren Bänden hat er irgendwie eine Freundin oder eine Verlobte, also Ryoga und ich, ich weiß es nicht, weil mir fehlen die Bände, wo dieser Charakter eingeführt wird, also, da hab ich echt ein Fragezeichen, ähm, und das, da ist es auch so die Frage, so, okay, eigentlich steht er noch auf Akane, aber da ist dann noch diese, dieses andere Mädchen und das, der Konflikt wird aber auch nie gelöst und keine Ahnung, das, das ist irgendwie seltsam, also, da fehlt mir dann so ein bisschen der Tiefgang bei den Charakteren, blöd gesagt. Die Eigenheit von Ryoga ist ja, dass der keinen Orientierungssinn hat, das haben wir noch nicht erwähnt, also der, 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 der muss von einer Straße in die nächste und macht aber einen Umweg über drei Länder und ist dann halt mal für einen Monat verschwunden irgendwie so und so einer der Konflikte zwischen ihm und Ranma ist, dass die sich mal irgendwie für einen Kampf verabredet hatten und, äh, als Ryoga dann irgendwann dort angekommen ist, war Ranma nicht mehr da, weil Ranma halt drei Tage gewartet hat und Ryoga aber halt einen Unwege über China irgendwie gemacht hat oder was, weil halt einfach null Orientierungssinn hat und deswegen ist Ryoga jetzt sauer, weil Ranma sich dem Kampf nicht gestellt hat, weil Ranma aber gesagt hat, ich hab drei Tage gewartet und du bist nicht aufgetaucht, wie lange soll ich denn da jetzt hocken bleiben, so und, genau, und das ist halt so, so ein, einer dieser, ja, absurden Humor, ähm, äh, eines dieser absurden Humorelemente wieder in der Geschichte, eben an, an dieser Figur, ähm, ja, das, was du jetzt beschrieben hast, fände ich sehr, sehr interessant und würde ich auch, zumindest aus meinem limitierten Leserleben, äh, auch so bestätigen, dass es mit diesen Nebenfiguren, und ich glaube, dass es, das ist so ein bisschen die, die Schwäche der Reihe, 38 Bände sind einfach zu lang, 38 Bände konzentriert auf, auf diesen Kernkonflikt, Ranma Akane wird aus denen was und wird Ranma den Fluch los und wie entwickelt sich das und das über 38 Bände zu ziehen ist zu lang, deswegen werden dann irgendwie so viele Nebencharaktere eingeführt, weil das aber trotzdem nur Nebencharaktere sind, werden die halt nicht so unterfüttert und so weiterentwickelt, dass die ein spannendes Eigenleben dann hätten, weil man der Band heißt, die Reihe heißt halt auch Ranma und deswegen bleibt das natürlich auch so der, der Kern der Geschichte, aber da wäre es aus meiner Sicht eben dann wirklich sinnvoller, so eine Geschichte dann eben kürzer zu erzählen. Jetzt ist natürlich die, die, das Manga-Business anders, das ist natürlich auch auf Fortsetzung angelegt und das ist ja, also gerade früher, also wenn wir uns mal an alte Fernsehserien erinnern, die ja auch darauf ausgelegt waren, einfach so lange wie möglich, wir machen das so lange, bis es wirklich keiner mehr guckt, weil solange wir damit Geld verdienen, wäre es vollkommen Wahnsinn, damit aufzuhören und es geht jetzt nicht irgendwie vorwiegend darum, die eine künstlerisch komplett durchdachte Geschichte zu erzählen, sondern es geht darum, es ist ja auch ein Wirtschaftsbetrieb, da hängen Jobs mit dran, da hängen Gelder mit dran, wir ziehen das so lange durch, solange es wirtschaftlich sinnvoll ist und wir hören erst auf, wenn es eben wirklich gar nicht mehr geht. Also klassisches Beispiel ist ja immer die Fernsehserie Lost, wo die Macher gesagt haben, wir haben eine Geschichte quasi für drei Staffeln und die Produktion oder Sender gesagt hat, nee, nee, wir hören das nicht auf, ihr spinnt doch, das läuft gut, wir hören nicht mit dieser Serie auf und die dann lange drüber gestritten haben und der Sender gesagt hat, na gut, ihr dürft nach zehn Staffeln aufhören und die gesagt haben, also wir schaffen vielleicht vier und dann hat man sich irgendwann dann auf sechs geeinigt oder so, aber wo man der Geschichte eben auch schon angemerkt hat, da war so ein Konflikt zwischen den Kreativen, die viel weniger Geschichte zu erzählen hatten und den Menschen mit dem Geld, die gesagt haben, nee, nee, wir verdienen hier mit Geld, wir hören nicht auf damit. Das kennen wir heute anders, dass eben gerade jetzt auch in der Streaming-Welt und bei HBO-Serien dann eben solche Serien wie, lass das Breaking Bad sein oder was auch immer, die halt sagen, nee, wir haben eine feste Geschichte, wir erzählen die in vier Staffeln, fünf Staffeln, sechs Staffeln und dann hat es auch ein Ende. Und ja, Manga, gerade natürlich obendrein ja auch noch in einem Magazin in Fortsetzung erschienen, also da geht es ja auch darum, dass dieses Heft sich verkauft, wo ja auch andere Geschichten mit drin sind. Es geht ja nicht nur darum, Ranma-Tankobon-Bände zu verkaufen, das ist ja dann nochmal ein Business-Zweig, aber es geht natürlich auch um dieses Magazin Woche für Woche oder Monat für Monat, je nach Verscheidungsweise eben auch zu verkaufen, wo ja auch andere Geschichten mitverkauft werden und auch mitgestützt werden, also mitfinanziert werden auch. Und ja, da sind 38 Bände natürlich echt eine lange Nummer, also das, mein Interesse hält es dann nicht über diese, über diese lange Phase und mich würde jetzt mal interessieren, wie, wie das Ende dann auf dich auch gewirkt hat. Vielleicht erinnerst du dich, wie du es damals fandest und wie du es jetzt vielleicht auch jetzt fandest, ob du, ist das, ist das eine, ähm, eine befriedigende Auflösung für dich? Lohnt es sich, 38 Bände zu lesen für dieses Ende hin? Also ich muss sagen, ich war vom Ende hart enttäuscht. Also, ähm, das, das, das war auch eben so dieses, ich wusste, okay, das ist jetzt der letzte Band, den ich da in der Hand habe und, ähm, ich hab immer weiter gelesen, gelesen, gelesen und wusste, okay, die Seitenzahl, also es wird nach hinten immer dünner, so jetzt muss aber langsam mal, so was, was passiert hier? Und, ähm, wir können, wir können es ja gerne erzählen, also die Leute, die sich jetzt, die jetzt Angst vor einem Spoiler haben, können einfach mal so fünf Minuten nach vorne skippen. Aber ich denke, man kann trotzdem darüber reden, ohne dass man jetzt das Interesse an der Serie verliert, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist es eben so, am Ende, also es gibt nochmal so eine Art große, dramatische Story-Arc, ähm, woran man auch versucht, äh, Akane zu retten sozusagen und dann eben, als er glaubt, dass er sie verloren hat, dass sie jetzt gestorben ist, ähm, seine Liebe gesteht und damit ist es jetzt mal raus. Also das war auch, das war auch, glaube ich, beim ersten Mal lesen recht dramatisch. Ähm, genau. Und danach hat sich eben alles wieder normalisiert, also sie haben den Tag gerettet, sie sind zurück nach, ähm, äh, nach Japan gekommen. Ranma hat immer noch seinen Fluch und dann bahnt sich so das letzte Kapitel an. Und im letzten Kapitel ist es eigentlich klar so, okay, die beiden, sie sind ineinander verliebt und sie sind bereit, einander zu heiraten. Das heißt, die beiden Väter kriegen auch das, was sie wollen. Ähm, und das letzte Kapitel zeigt eben den geplanten Hochzeitstag und sie haben sogar auch ein besonderes Geschenk für Ranma und zwar haben sie sich von den verfluchten Quellen, glaube ich, ähm, das Wasser der Quelle des ertrunkenen Jungen liefern lassen. Ähm, das bedeutet, wenn Ranma in diesem Wasser badet, dann, äh, kriegt er auf jeden Fall seinen Fluch los, weil er, weil er dann einfach auch ein Junge sein wird, wenn er mit kaltem Wasser in Berührung kommt. Ähm, dann geht allerdings der Hochzeitstag in dem Sinne schief, dass halt die ganzen Nebencharaktere, die halt, äh, entweder auf Ranma oder auf Akane stehen, angerannt kommen und den Tag versauen. Also es bricht im Prinzip Chaos aus, ähm, es wird auch, ähm, das Geschenk an Ranma zerstört, also das, das Wasser der Quelle wird verschüttet, fließt aus oder der Behälter wird zerstört und ist auf dem Boden, das heißt, das ist zu spät. Ähm, das ganze Dojo oder auch das Haus, das mit dranhängt, ist einfach verwüstet und, äh, die letzte Szene ist einfach, dass sie beschließen, die Hochzeit zu vertagen. Und das ist dann das Ende und, und ich hab das so gelesen und war so, what the fuck? Ich hab 38 Bände lang darauf gewartet, nur damit sie diese scheiß Hochzeit nicht feiern, so fast zur Hölle. Und da, da hab ich mich echt sehr verarscht gefühlt und, keine Ahnung, ich hab mich damals einfach nicht, ähm, von dieser Story zufriedengestellt gefühlt, weil, weil es eben so, so, so lange um dieses, dieses Anschmachten und dieses will they, won't they geht. Ähm, und dass, dass dann am Ende eben dann nichts passiert, das hat mich, also, dass es auch wieder zum Status Quo zurückkehrt. So, dieses, ah, wir haben jetzt versucht zu heiraten, es hat nicht geklappt, äh, dann heiraten wir halt erstmal nicht, dann sind wir wieder im Status Quo. Das hat mich damals echt enttäuscht und irgendwie auch sauer gemacht und frustriert. Ähm, jetzt beim zweiten Mal lesen, wo ich natürlich darauf eingestellt war und, ähm, da auch jetzt sehr viel Zeit, äh, dazwischen lag, um emotional mich davon zu erholen, ähm, konnte ich es einfach ganz anders wahrnehmen und, und auch genießen und fand dadurch dieses letzte Kapitel auch wieder sehr witzig. Und auch in dem Sinne passend so dieses, gerade das, dass es eben nicht klappt und dass sie sagen, okay, dann verschieben wir das und dass nochmal alle Nebencharaktere auftauchen und, und für Ärger sorgen und dass du eben diesen Rückkehr in den Status Quo hast, das ist an sich so ein Meta-Humor, ähm, den ich dann in dem Moment schon, äh, genießen konnte. Aber halt erst beim zweiten Mal lesen, beim ersten Mal lesen, ähm, ähm, also du, keine Ahnung, du folgst nicht jahrelang einer Serie, nur um dann so ein Ende zu haben. Äh, wie ging's denn dir mit dem letzten Kapitel? Ich hab ja vorhin schon mal gesagt, dass ich eh so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit den letzten Bänden, dass ich nicht so richtig die Lust hatte, ähm, da weiter zu lesen, dass ich, ja, mit, mit, gestalterisch, aber auch eben mit, mit der Geschichte selber nicht so richtig, die, ja, nicht die gleiche Begeisterung hatte, wie ich sie mit den ersten Bänden. Hatte und deswegen wirklich mehr so drauf hingelesen hab, ja, halt, damit ich halt fertig werde, irgendwie. Ähm, ich hab, ich musste auch vorhin dann nochmal reinblättern, äh, um überhaupt mich nochmal zu erinnern, wie ist es jetzt nochmal genau ausgegangen? Haben die den Fluch jetzt besiegt oder nicht? Und haben die geheiratet oder nicht? Oder wie war das denn? Ähm, vielleicht war ich da auch nicht mehr 100% aufmerksam. Ähm, ich will jetzt mal, ich spiel jetzt mal Teufelsadvokat, ähm, und, argumentiere jetzt mal quasi gegen deine Interpretation von, von gerade und, und versuche jetzt mal, das, das, das positiv hinzubiegen, das Ende. Und dann können wir mal drüber reden, ob das valide ist oder nicht. Ähm, du hast gesagt, Sie haben einfach nur den, den Ansprüchen der, der Gesellschaft und der, der Eltern, ähm, nachgegeben, indem sie da jetzt geheiratet haben, sondern sie sind immer noch unverheiratet am Ende. Aber eben zusammen und in der Situation, dass, dass Ranma eben, ähm, ja, wie gesagt, diese, 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 diese Doppelperson ist. Also von daher ist das, kann man das vielleicht auch queer-positiv irgendwie interpretieren? Dass man sagt, die zwei haben sich jetzt eben gefunden in dieser Situation, wie sie sind und leben so. Und, äh, es ist eben nicht der, der Status quo, wie die Gesellschaft ihnen da jetzt vorgegeben hätte, hergestellt. Ja, ähm, man muss ja auch noch dazu sagen, sie sind ja auch immer noch 16. Also obwohl es, obwohl es in den Bänden, glaube ich, dreimal das Neujahr gefeiert wurde und dreimal das Sommerfest gefeiert wurde, äh, sind sie immer noch 16 Jahre alt in dem Moment, wo sie heiraten. Und was auch so ein Ding ist, wo man sich denkt, so, ey, Leute, also ihr könnt ja gerne zusammen sein, aber nehmt euch vielleicht noch mal Zeit. Das reflekt, also das reflektiert man natürlich noch nicht, wenn man, wenn man das irgendwie in jungen Jahren liest und sich denkt, so, okay, das Ziel ist, dass sie zusammenkommen, dann will ich das auch am Ende sehen, so ungefähr. Ähm, aber ja, also, ich weiß nicht, es ist, es ist so eine Mischung aus, irgendwie haben alle gekriegt, was sie wollen. Also zum Beispiel auch, haben die Eltern das gekriegt, obwohl sie eigentlich so eine absolut zynische Planung gemacht haben, so, ja, wir verloben einfach unsere Kinder miteinander, so, what the fuck, das ist heutzutage in unserer Gesellschaft jetzt nicht, nicht gerade angesehen, sage ich mal so. Und ja noch nicht mal, wir verloben zwei Personen miteinander, sondern wir haben den einen Sohn und der kriegt halt eine von den drei Mädels, wir gucken dann halt mal welche. Ja, ja, genau, auch noch, das ist auch noch mal Next Level. Es gibt tatsächlich ein Kapitel, oder es sind, glaube ich, zwei Kapitel, wo Ranma die Verlobte wechselt und, ähm, eine Zeit lang mit Nabiki, also der mittleren Schwester, verlobt ist. Die Nabiki ist, die ist auch so eine Gewitzte, die nutzt das schamlos aus. Es geht aber eigentlich nur darum, Akane eifersüchtig zu machen, zumindest von Nabikis Seite. Ähm, aber ja, im Prinzip war es für die Eltern da auch okay, so, ah, okay, du willst Akane nicht mehr, gut, gut, solange, solange du noch eine von den drei Töchtern nimmst, ist es in Ordnung. So, dann, dann Date, ah, Nabiki ist auch okay. Ähm, ja, naja, also, sehr interessante Prämisse. Ähm, aber ja, keine Ahnung, also, klar könnte man jetzt sagen, so, sie haben nicht geheiratet und sind, also sind ein Stückchen weiter, weil sie sich ihre Liebe gestanden haben. Ich hatte da trotzdem immer noch das Gefühl, dass sie sehr schüchtern damit sind, also, dass sie es trotzdem nicht so richtig zeigen oder aussprechen können. Ähm, und ich, ich finde es auch schade, um die ganzen Nebencharaktere, die ja auch emotional keine Auflösung finden, weil sie ja trotzdem weiterhin entweder den einen oder den anderen Charakter aus diesem Liebespaar verknallt sind und da auch nicht loslassen können. Also, irgendwie ist es ein Gefühlschaos in dem Sinne, weil so viele Charaktere dranhängen, die gefühlt erstmal ins Unglück gestürzt werden, ähm, wenn Ranma und Akane ein Paar sind. Das war eine ganz andere Frage. Hast du eigentlich Scott Pilgrim gelesen? Oh, ja, ja. Ich hab die Bände, ich hab den Film, ich lieb's. Sehr gut. Weil daran hat sie mich ganz stark erinnert. Also, ich hab Scott Pilgrim natürlich zuerst gelesen, weil Ranma ist für mich ja jetzt recht neu. Scott Pilgrim hab ich halt damals gelesen, als die amerikanischen Bände rausgekommen sind, hab vorher nochmal geschaut, der erste Band ist 2004 rausgekommen und dann sind es sechs Bände im, nicht ganz Abstand von einem Jahr, also ein bisschen länger, hat sich glaube ich gedauert, ich weiß nicht genau mehr, wann der sechste Band rausgekommen ist. Aber, ja, also ich war ein Riesenfan, ähm, der, der, der Comics und auch vom, vom Film, den auch vor nicht allzu langer Zeit ist, wieder angeschaut und so. Und als ich dann Ranma gelesen hab, hat sich in meinem Kopf so viel erschlossen. Ich wusste natürlich, dass Brian Leo Malley, der Schöpfer von, von Scott Pilgrim, auch sehr stark Manga und Anime beeinflusst war. Aber ich hatte diesen Hintergrund halt nicht so in dem Maße, als ich Scott Pilgrim gelesen habe. Aber als ich dann Ranma gelesen hab, ist in meinem Kopf ganz viel zusammengekommen, wo ich war, okay, jetzt weiß ich, wo er es her hat, jetzt, jetzt macht das alles Sinn. Und ich hab dann auch vor ein paar Monaten, ähm, ein recht aktuelles Gespräch mit Brian Leo Malley auch angehört, wo er auch noch erzählt, dass Ranma so eigentlich auch für ihn so der erste Manga war, den er irgendwie gekriegt und gelesen hat und dann eben auch gesammelt hat und so. Und da, ja, da ist mir ganz viel klar geworden, wie, warum Scott Pilgrim so ist, wie es ist, wenn man, und es gibt sicherlich auch, Ranma ist jetzt nicht der einzige Einfluss, aber eben jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe über Ranma, verstehe ich da eben auch diesen Einfluss bei, bei Scott Pilgrim. Und bei Scott Pilgrim haben wir die Geschichte dann eben in sechs Bänden dann zu Ende. Also auch da ist Comic nach der Hauptfigur benannt, es geht um Beziehungen zwischen Scott Pilgrim und Ramona Flowers und eben Kämpfe mit Ex-Partnern und Partnerinnen von Ramona Flowers und eben die Frage, kommen die zwei am Ende zusammen oder nicht? Und kann Scott Pilgrim all die Seven Evil Axes besiegen oder nicht? Und wie wird das rausgehen? Auch mit einem absurden Humor, auch mit, ja, so Superkräften, die so plötzlich auftauchen. Also ich weiß nicht, als ich den ersten Scott Pilgrim-Band damals gelesen habe, der auch ganz lange einfach so Slice of Life ist und am Ende ist dann hier plötzlich, ja, übernatürliche Kräftekampf irgendwie so, wird es dann abgedreht und das hat mich total begeistert. Aber ja, wie gesagt, also da ist mir ganz viel klar geworden jetzt und das war dann so das Modell, wo ich dachte, wenn Ranma auch so in sechs Bänden mir die Geschichte irgendwie erzählt, dann wäre das vielleicht eine rundere Sache, die ja uneingeschränkt dann auch zu empfehlen wäre. Also ich möchte Ranma trotzdem empfehlen, also das, ich hatte gerade mit den ersten Bänden sehr, sehr viel Spaß, also jetzt nochmal, wenn jetzt dann die, also am 9.9. soll der erste Band diese Neuauflage rauskommen, also wohl dann wahrscheinlich zwei Bände drin sind, so ein Doppelband. Also das würde ich auf jeden Fall absolut empfehlen, soll 12 Euro kosten, macht echt großen Spaß, nur eben jetzt mit dem Wissen auch der letzten paar Bände und wie gesagt, große Lücke für mich dazwischen, aber jetzt alle 38 Bände zu lesen, kann ich nicht uneingeschränkt wahrscheinlich so empfehlen. Also wenn man natürlich komplett total Fan wird, klar, dann schon, aber eigentlich möchte ich es positiver formulieren, eigentlich möchte ich sagen, und das gilt vielleicht für viele andere Mangereien auch und für andere Serien auch, die viele Bände haben, man muss sich nicht immer auf alles einlassen, also nicht aufs komplette Ding. Manchmal reicht es auch, wenn man zwei Bände liest und das genießen kann, weil mir geht es tatsächlich mittlerweile häufig so bei so langformatigen Sachen, dass ich irgendwie den Fokus dafür nicht mehr habe, mich so langfristig auf sowas zu konzentrieren, dass ich aber es trotzdem genießen kann, wenn ich eben diesen ersten Ranma zum Beispiel hernehme, dass der Humor da toll ist, dass es toll gezeichnet ist und dass ich Spaß damit habe und dass ich quasi so, dass das Format Ranma irgendwie erfahren und in mich aufgenommen habe, ohne dass ich zwingend alle 38 Bände davon gelesen haben muss. Ja, ich glaube, Ranma in Halb ist einfach so ein Klassiker der Manga-Geschichte und ich glaube, so kann man auch damit umgehen, wie man eigentlich auch in der Literatur mit so Klassikern umgeht, wo man sagt so, ja, okay, manche Erzählstrukturen sind nicht mehr zeitgemäß oder so oder haben halt ihre Längen, weil das damals anders konsumiert wurde als heute. So kann man das eben auch bei Ranma sehen, dass man sagt, es ist ein Klassiker, es hat unglaublich viel auch beeinflusst, popkulturell, sowohl in Japan als auch außerhalb. Von daher hat das einfach eine Gewichtung und man sollte sich mal damit befasst haben, wenn man halt einfach Interesse an Manga oder Comics hat, weil da sehr viel drinsteckt. Aber natürlich kann man trotzdem sagen, so nicht alles davon ist perfekt. Und ich habe gerade mir überlegt, so, ich kann mir voll gut vorstellen, dass es irgendwo Fans gibt, da müsste man mal nachsuchen, die halt so Kapitelempfehlungen haben, weil es gibt auch sehr viele immer mal wieder so eingestreute Einzelkapitel, woran man irgendwie so ein absurdes Abenteuer mit einer Figur erlebt, die dann auch nicht mehr auftaucht, oder so irgendwie Antagonisten oder sonst was, die unglaublich unterhaltsam sind, wo es halt dann mal wieder erfrischend ist, weil es nicht um die Dynamik geht, die man dann schon hundertmal gelesen hat. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich in diesen 38 Bändern immer wieder Perlen und natürlich gibt es auch Geschichten, die so ihre Längen haben. Oder es gibt einfach Figuren, die man nicht mag und andere, die man mehr mag. Man bräuchte eigentlich so eine Übersicht mit, keine Ahnung, wo so alle Kapitel gehighlighted werden, mit so spannenden Standalone-Geschichten, wo du jetzt keinen Kontext brauchst. Dann irgendwie so Storys mit großartigen Kämpfen, dann irgendwie so alle Shampoo-Geschichten und alle Ryoga-Geschichten, also abhängig davon, wer dein Lieblingscharakter ist. Und ich glaube, wenn man Ranma 1,5 danach filtert, könnte man nochmal mehr Spaß damit haben. Also zum Beispiel, es gibt ein Kapitel, das ist so Anfang oder Mitte, also erste Hälfte von Ranma 1,5, von den ganzen Bändern, da geht Ranma mit Kuno aus. Weil Kuno ein Schwert erhält, das drei Wünsche erfüllt, egal welche. Aber dieses Schwert erfüllt diese Wünsche nur der Person, die dieses Schwert besitzt, also Kuno. Er muss den Wunsch aussprechen. Und Ranma will dann natürlich, dass Kuno irgendwie ihn von diesem Fluch erlöst und geht dann in seiner weiblich gelesenen Form auf ein Date und Kuno verschwendet die ersten zwei Wünsche, glaube ich, für absolut absurde Sachen. Und Ranma ist so bemüht, dass dann der letzte Wunsch klappt. Und es ist so witzig, es ist so humorvoll. Und das ist zum Beispiel so ein Kapitel, das ist einfach klasse, das ist Gold wert. Oder es sind, glaube ich, drei Kapitel oder so. Also es ist eine kurze Geschichte, die ist super. Und ich glaube, solche Perlen verstecken sich da halt immer mal wieder. Aber du hast dann auch sehr viel gefühlt Filler. Also ich glaube, das habe ich dir mal erzählt, auch im November oder Dezember, dass mir halt aufgefallen ist. Also es gibt dann später noch den Meister von den Vätern, Hoppusai. Und der ist natürlich so ein Lüstling, darf es ja auch nie fehlen in so alten Manga-Klassikern. Es gibt immer einen alten Sack, der irgendwie jungen Frauen nachstellt und Unterwäsche klaut. Und das ist Hoppusai in Ranma 1,5. Furchtbarer Charakter, ich hasse ihn. Und es gibt so viele Szenen, wo halt einfach das Kapitel damit startet, dass er wieder mit einem Sack Unterwäsche auf der Flucht ist vor lauter Frauen, die ihn halt mit Besen verprügeln wollen. Und das ist immer meistens so eine Doppelseite, wo das passiert. Und Ranma ihn dann aufhält und dann schwört Hoppusai halt Rache und dann passiert halt wieder was. Das ist immer so der Start von so einer neuen Story. Und das passiert so oft, dass ich irgendwann aufgehört habe, diese Doppelseiten zu lesen. Weil ich sehe Hoppusai mit seinem Sack Unterwäsche. Ich sehe die Meute, die ihm nachrennt. Und ich sehe dann, dass irgendwas passiert, weswegen er dann gestoppt wird von irgendjemandem. Sei es Ranma, sei es Akane oder jemand anderes. Und das ist so dieses, okay, ich brauche nur zwei Sekunden draufschauen und die Seiten brauche ich gar nicht mehr lesen, weil es ist einfach nur immer das Gleiche. Und das fand ich dann anstrengend. Das hat so seine Wiederholungen und das sind die Schwächen dann. Aber ja, es hat auch seine Stärken und da ist auf jeden Fall viel drinnen. Ja, also eigentlich wäre es da interessant, diese ganzen Kapitel als Einzelhefte zu haben, wie es am Anfang versucht wurde. Weil dann könnte man sich die zusammenklauben, wo man sagt so, oh ja, das sind die guten Kapitel. Die stelle ich mir ins Regal und die anderen, die möchte ich gar nicht. Das heißt, Egmont macht es eigentlich falsch. Die bringen jetzt dickere Bände raus. Eigentlich sollten sie dünnere Bände rausbringen. Ja, genau. Wobei das natürlich dann auch absolut gegen die Lesegewohnheit in der Manga-Community gehen würde. Aber ja, also irgendwie so dieses Pick-and-Choose-Prinzip, glaube ich, wäre bei Ranma Einhalt ganz gut. Also wenn es irgendwie so eine Serie wäre, die man auf einem Streaming-Service hätte, dann könnte man sich einfach irgendwo eine Liste im Internet rauslassen und sagen, okay, ich schaue Folge 1 bis 3 und dann schaue ich 6 und 8 und mach dann bei 15 weiter, weil das sind die Folgen, die irgendwie spannend sind. Das wäre so für das moderne Auge, wäre das, glaube ich, die beste Lösung. Hast du noch irgendwas, was du besonders besprechen willst bei der Reihe? Ja, worauf wir, oder worauf ich eigentlich noch eingehen wollte, aber wir dann thematisch wieder weggegangen sind, es war so ein bisschen dieses Cross-Dressing-Thema. Was eben, also da ist wieder dieses Spiel mit Geschlecht und auch sich vielleicht ein bisschen über diese in den damaligen Augen Absurdität, sich darüber lustig zu machen und so. Aber im Prinzip gibt es drei Figuren in Ranma Einhalt, die Cross-Dresser sind. Ich bezeichne es bewusst als Cross-Dressing, weil man könnte bei manchen Figuren auch so irgendwie reininterpretieren, dass sie vielleicht trans sind, aber gleichzeitig wird das halt nie so klar gesagt. Oder es ist nie so, ja, die Intention war wahrscheinlich von der Autorin einfach auch nicht da. Aber es gibt Ukiyo, das ist eigentlich auch so eine Kindheitsfreundin von Ranma. Und ich glaube, sie war früher mein Lieblingscharakter, wenn ich mich recht erinnere. Und die kommt eben an Ranmas Schule, trägt eine männliche Schuluniform und wird erstmal auch von allen für einen Jungen gehalten. Und Ranma hat als Kind Ukiyo auch als Junge angesehen und nicht als Mädchen. Und genau, Ukiyo ist auch sauer auf Ranma, wie so viele andere Charaktere auch. Also sein Vater und er, die haben auch immer Bullshit abgezogen, als sie auf Reisen waren, auf Trainingsreisen. Auf jeden Fall will Ukiyo dann auch sich mit ihm bekämpfen. Und als dann rauskommt, dass Ukiyo ein Mädchen ist, geht Ranma natürlich ganz anders mit ihr um. Aber denkt erstmal, dass Ukiyo auch verflucht ist und will sie mit heißem Wasser übergießen, was schon sehr witzig ist. Das Interessante ist aber, selbst nachdem rauskommt, dass Ukiyo eine Frau ist, zieht sie sich halt weiterhin in Männerklamotten ein oder kleidet sich ein. Kämpft auch immer wieder, also kein guter Martial-Arzt. Und sie hat so einen Okonomiyaki-Stand, beziehungsweise Restaurant dann. Also Okonomiyaki sind so diese japanischen Pfannkuchen. Und das ist halt so die Spezialität, die sie kann. Und ich finde es halt interessant, weil im Prinzip führt sie ein Restaurant und ist halt eigentlich eine Businessfrau. Und sie schaut auch immer, wenn es zum Beispiel einen Wettkampf gibt oder irgendeine Veranstaltung, steht sie mit ihrem Stand da und verkauft Okonomiyaki. Also irgendwie, das fand ich so interessant, weil das ist ja eigentlich so vom Geschlechterprinzip in Japan gar nicht so gesehen, dass du irgendwie eine Businessfrau bist und finanziell selbstständig bist und da einfach dein Geld verdienst und dein Business aufbaust. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Also sie durchbricht so ein bisschen diese klassischen Geschlechterrollen, die ja in Ranma sehr, sehr stark vorhanden sind. Und es gibt auch später so eine Vision, also Ranma ist dann in einer Storyline geschwächt und kann nicht mehr kämpfen. Also Hoposai hat was mit ihm gemacht und er ist auf jeden Fall schwach. Und Ukiyo sagt dann so, ja, das ist nicht so schlimm, ich nehme dich trotzdem noch und du kannst bei mir wohnen. Und sie hat dann so eine Vision, dass Ranma halt mit ihr eine Familie gründet. Aber im Prinzip ist sie diejenige, die das Geld dran schafft und er ist derjenige, der daheim bleibt und sich um die Kinder sorgt. Und das war so eine Vision, die, glaube ich, damals als witzig angesehen war, aber eigentlich so voll gut in die moderne Zeit passt. Wo ich mir gedacht habe, so, ja, kann ich voll verstehen, warum Ukiyo das so gesehen hat. Ähm, genau, und dann später kommt dann noch in Zusammenhang mit Ukiyo der Charakter Tsubasa. Ähm, und diese Figur ist halt in Ukiyo verliebt und greift immer wieder Ranma an. Und, ähm, das ist im, im ersten Moment denkt man, es ist, es ist ein Mädchen. Und Akane versucht dann nämlich immer darauf hinzuweisen, dass Ukiyo gar kein Junge ist, sondern auch ein Mädchen ist. Und da ist wieder diese Absurdität, so, Mädchen können ja nicht in Mädchen verliebt sein, so, äh, Tsubasa muss das nur rausfinden und dann wird sie Ukiyo in Ruhe lassen. Und, äh, da denkt man sich auch so, oh Mann, Akane, du bist halt einfach so weltfremd und ein Kind deiner Zeit. Ähm, genau, und dann kommt aber raus, äh, Surprise, Surprise, Tsubasa ist einfach, äh, ein Junge, der sich gerne, äh, als Mädchen, der sich gerne allgemein verkleidet. Also, in, in diesen Kapiteln verkleidet er sich auch als Mülltonne und als Postkasten, ähm, und als, ich glaub, Strompfosten. Also, das ist so ein bisschen so dieses, okay, äh, und, und unter anderem verkleidet er sich auch einfach gerne als Schulmädchen. Und, äh, das, das ist immer so, äh, das Interessante, das sehen wir dann auch gleich noch bei dem dritten und letzten Charakter. Ähm, du hast, also irgendwie ist da diese Faszination, ich glaub, dass halt wahrscheinlich, äh, die Autorin auch wusste, dass es, ähm, Leute gibt, die irgendwie gender non-conforming sind, die irgendwie diese Geschlechterklischees durchbrechen. Und ich hab so das Gefühl, dass im Japanischen damit umgegangen wird, dass man diese Figuren zwar in Geschichten einbaut, aber dann immer die absurdesten Gründe dafür sucht, warum sie jetzt Crossdresser sind. Und es sind nie die Gründe, die man eigentlich erwarten würde. Ähm, das, also, das ist nicht nur bei, bei ihr so, sondern zum Beispiel auch bei, bei einem Buch, äh, von Banana Yoshimoto, das ich auch vor Jahren gelesen hab. Äh, Kitchen heißt das, das war, weiß nicht, auch in den 2000 dann irgendwie recht erfolgreich und bekannt und hat ein paar Preise abgesagt. Da gibt's auch eben so eine Crossdressing-Person und das ist halt ein Junge, der halt eine Schuluniform trägt. Aber er trägt diese nur, weil das ist die Schuluniform seiner Freundin und die ist verstorben und er, ähm, versucht sie ihrem Leben zu halten, indem er jetzt ihre Klamotten trägt. Also, so, so irgendwie so voll der heterosexuelle Grund, warum jetzt dieser Typ Kleider trägt oder halt eine Schuluniform für Mädchen trägt. Und so ist das auch so ein bisschen in Ranma 1,5 und es gibt dann später noch einen Charakter, ich weiß jetzt gerade ihren Namen leider nicht mehr. Ähm, die, die gehört so irgendwie so zu einer Ninja-Familie und, ähm, ist so die geschundene Schwester. Also, es gibt irgendwie drei Schwestern. Also, sie ist so ein bisschen das Aschenputtel in der Geschichte. Und, ähm, Ukiyo hat dann auch Mitleid mit ihr und sie und Ranma versuchen dann, ähm, sie zu befreien von diesen drei anderen Schwestern. Ähm, und sie ist irgendwie auch irgendwie total verliebt in Ukiyo. Also, du hast wieder das, eine weibliche gelesene Person steht auf eine männliche gelesene Person und ganz am Ende kommt raus so, warte mal, dieses Ninja-Mädchen, also, die Klamotten werden dann weggefetzt und es kommt raus, oh, dieses Ninja-Mädchen hat überhaupt keine Brüste. Es ist nämlich, äh, doch irgendwie ein Mann, Fragezeichen. Ähm, und da ist es aber irgendwie am interessantesten, weil diese Figur, äh, bleibt weiterhin in dieser weiblichen Rolle, der benutzt auch Make-up und, äh, ist irgendwie in Ukiyo verliebt und, äh, ihr ist auch egal, dass Ukiyo ein Mädchen ist und, äh, arbeitet dann weiterhin in, in dem Restaurant, also, lebt sozusagen bei der Ukiyo und arbeitet for free in einem Restaurant. Also, Ukiyo nutzt sie auch so ein bisschen aus oder ihn. Ich sag immer sie, weil, also, ich lese sie so krass als Transfrau irgendwie. Ich glaube aber, dass sie das nicht, also, nicht so gemeint war, sondern dass es auch wieder ein Typ ist, der halt, und das, glaube ich, soll der Joke sein, er wächst halt auf mit diesen drei Schwestern und die haben halt so die Ninja-Techniken der Verführungen gelernt. Und deswegen hat er das auch gelernt, weil das war halt das, was in dieser Familie gelehrt wurde. Und deswegen, ähm, macht er diese Techniken auch, obwohl er eben ein Typ ist und, äh, benutzt Make-up und, äh, keine Ahnung, Küsse, um, um Leute zu verwirren und zu verführen. Und der Joke soll, glaube ich, so ein bisschen sein, dass die, die Schwestern sind alle fett und in Anführungszeichen hässlich. Ähm, und er ist sozusagen, selbst, obwohl er männlich ist, ist er viel schöner und attraktiver und kann diese Techniken besser. Ich glaube, das war irgendwie so dieser, dieser Kern-Joke. Ähm, aber im Prinzip für mich ist es halt, also, und da ist halt diese Begründung so, er trägt Frauenklamotten, weil er ist halt so aufgewachsen in diesem, in diesem weiblich geführten Ninja-Clan so ungefähr. Ähm, aber ja, also bei, bei, bei dieser Figur habe ich, habe ich so eher die, die, die queersten Vibes, sage ich jetzt mal. Und das, genau, das sind halt einfach noch diese drei Cross-Dressing-Geschichten, die halt einfach immer wieder vorkommen. Also da, da scheint halt einfach irgendwie auch, auch bei der Rumiko Takahashi diese Faszination zu sein mit diesem Cross-Dressing und auch diesem Gender-Bruch. Das ist ja, glaube ich, auch die Hauptmotivation bei Ranma, diesen, diesen Bruch darzustellen. Und irgendwie wird's dann aber so komisch behandelt. Also es ist immer zum einen so diese Joke-Grundlage und es geht halt nie tiefer, dass man halt auch sagt, so, ja, Leute können auch anders sein. Und Ranma kämpft ja auch so ein bisschen damit, dass er ja eigentlich ein total wilder Junge ist, der ja nie in der japanischen Gesellschaft aufgewachsen ist, sondern sein Leben lang ja auch nur rumgereist ist und alles mit Gewalt lösen konnte, was ja auch nicht typisch japanisch ist. Und er ja auch diesen Konflikt hat, so, er passt eigentlich nicht in die normative Gesellschaft rein. Und eigentlich hätte man das viel mehr noch aufarbeiten können. So dieses, das sind Figuren, die passen nicht in die normative Gesellschaft. Und die haben aber auch irgendwie natürlich ihren, also ein Recht darauf, Raum zu haben und ihr Leben zu leben. Und irgendwie da, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, bei diesem Ausversehen Queer, da ist irgendwie eigentlich noch so viel mehr drin und so viel mehr Substanz, die man hätte auch erforschen können, wofür man dann auch nicht irgendwie 100.000 Nebencharaktere gebraucht hätte. Und wo man auch irgendwie nochmal selber sehr viel in die Analyse reingehen könnte und sagen könnte so, okay, man kann jetzt irgendwie die Figuren anders lesen und anders umenterpretieren, was eben Geschlecht oder Sexualität betrifft. Aber ja, eigentlich, eigentlich war es halt nicht gewollt. Eigentlich waren das halt alles irgendwie Jokes. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist so dieses, meine Hassliebe, glaube ich, zu Ranma. Also, weil, wie gesagt, es hat mich, es hat mich damals in die Manga-Welt eingeführt. Es hat mich, also, zeichnerisch hat es mir einfach auch so viel gebracht, weil ich dann gelernt habe so, hey, ich kann schwarz-weiß arbeiten und es kann super gut aussehen. Und das hat mich einfach wieder zurückgeschleudert ins Comic, ins Comiczeichnen. Und ja, ich habe in meiner Jugend unglaublich viel Manga gezeichnet und war da auch voller Ideen. Und deswegen liebe ich Ranma-einhalb. Und gleichzeitig gibt es eben so viel Zeug, wo ich mir denke, so, oh, das ist homophob, das ist transphob, das ist sexistisch, das ist aus der Zeit gefallen, das ist vielleicht rassistisch. Irgendwie gibt es da so viele Dinge, die funktionieren nicht mehr so einwandfrei heutzutage. Und gleichzeitig kann ich aber trotz all der Kritik nicht leugnen, dass ich die Serie halt liebe, weil sie damals einfach so viel bedeutet hat und so anders war und so spannend war. Und ich glaube auch, vielen queeren Leuten damals schon ein bisschen die Augen geöffnet hat, auch wenn es gar nicht so gemeint war, blöd gesagt. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also es ist Ranma-einhalb ist so ein bisschen so ein Problematic-Fave, würde ich mal sagen. Nein, das ist ja, also ich habe jetzt auch so mehrere Gedanken im Kopf, die ich da jetzt nochmal so anbringen möchte. Das eine ist natürlich, dass aus der Rückschau man Sachen natürlich immer ganz anders betrachtet, die in ihrer Zeit vielleicht sogar progressiv waren und dann teilweise sogar wenige Jahre später natürlich ganz anders betrachtet werden. Also wir müssen nur mal die Serie Transparent anschauen, die hochgelobt war, Kritikerliebling, die Macherin oder... Macherin, würde ich eher sagen. Ja, ich bin gerade, ich habe mich gerade gefangen, weil ich bin leider in dem Thema auch nicht super tief drin, aber ich habe kürzlich gelernt, dass die Person, ich weiß nicht genau, wie sie sich jetzt aktuell präsentiert, aber sagen wir Macherin, genau. Halt auch sehr gelobt wurde und sowas und mittlerweile, aber natürlich auch, also zum einen, dass Jeffrey Tambor sich beschissen verhalten hat, also dass das natürlich schon ein Problem ist, aber dass das Problem natürlich einen Cis-Mann in der Rolle der Transfrau zu casten, dass das jetzt natürlich auch ganz anders gesehen wird und wie gesagt auch die Schöpferin, der Schöpfer... Die der Schöpferin? Sorry, red einfach weiter. Es ist nicht so einfach im Deutschen. Mir fällt leider auch den Namen nicht ein. Also ich glaube, die Person hat mittlerweile auch einen anderen Vornamen jetzt. Ja, und ich weiß auch nur noch den alten Namen. Also mir fällt es auch nicht ein. Es ist gerade echt verbissen. Man verzeiht uns. Jedenfalls, dass er natürlich jetzt auch heute kritisch sieht und auch sagt, okay, das sehe ich heute auch so, dass das ein Verrat in der Trans-Community quasi auch war, einen Cis-Mann in dieser Rolle zu casten. Aber für einen Zeitraum, sicherlich gab es diese Kritik aus der Trans-Community schon von Beginn, wurde wahrscheinlich nur nicht gehört. Nichtsdestotrotz hat es wahrscheinlich trotzdem auch einen Fortschritt gebracht. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber ich glaube schon, dass das in der Diskussion eben außerhalb der Trans-Community einen Fortschritt wahrscheinlich erzeugt hat, so eine Serie. Aber je weiter wir uns davon wegbewegen, desto kritischer brachten wir darauf. Die Stimmen werden auch mehr gehört, die eigentlich davon betroffen sind. Und man erkennt dann auch, okay, wir dachten damals, das ist voll cool. Es hat auch was bewirkt, aber es war aus heutiger Sicht trotzdem auch problematisch. Und so ist es mit Ranma sicherlich auch. Was ich mir jetzt noch gedacht habe, weil du immer wieder darauf gekommen bist, wie viele Aspekte der Geschichte man auch queer lesen kann und wo auch gute Ansätze drin sind, die aber vielleicht nicht komplett durchgezogen sind oder vielleicht dann eher als Witz gedacht sind oder so. Und je öfter du das gesagt hast, desto mehr habe ich mir gedacht, ich würde gerne wissen, vielleicht hat sich die Schöpferin da schon mehr beigedacht. Vielleicht ist es auch an der Redaktion gelegen. Also vielleicht ist es gar nicht nur als Joke gedacht gewesen ursprünglich mal. Vielleicht haben die Redakteure es nur nicht so fortschrittlich mitgemacht, wie die Mangaka es vielleicht gemacht hätte, wenn sie es nur für sich gemacht hätte. Kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber man weiß es ja trotzdem auch irgendwie, dass es häufig so ist, dass Filme, Serien, Geschichten aller Art auch anderen Einflüssen unterliegen und nicht immer nur von der Autorin komplett freigestellt sind. Um mal wieder zu den Wachowskis zurückzukommen. Und der Matrix, die ja eigentlich auch die Figur Switch so angelegt hatten. Ich weiß nicht mehr genau, wie rum es ist, aber innerhalb der Matrix und außerhalb der Matrix einmal männlich dargestellt und einmal weiblich dargestellt. Und dass eben damals die Produzenten aber gesagt haben, das geht zu weit und jetzt die Figur im Film halt sowohl innerhalb auch außerhalb der Matrix im gleichen Geschlecht dargestellt wird. Also auch hier eine Entscheidung, die nicht bei den Autorinnen komplett lag. Und da frage ich mich jetzt, das würde mich total interessieren, wenn wir sagen, okay, der Manga ist in den 80er Jahren erschienen, hat so progressive Elemente drin, die vielleicht in Japan sogar noch stärker progressiv waren, als sie bei uns waren, weil die Gesellschaft vielleicht auch noch etwas restriktiver ist, als es bei uns der Fall war. Und ich glaube auch dieses System, ich gehe davon aus, diese Redakteure waren sicherlich alle Männer, da waren wahrscheinlich keine Frauen in den Positionen, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und da auch eine sehr starke Struktur ist. Also der Redakteur da meines Wissens auch wirklich so die komplette Macht ja auch irgendwie hat, was so diese Geschichten angeht. Und auch die Positionierung der Geschichten innerhalb des Heftes und so. Und die guten Geschichten sind weiter vorne im Heft und die weniger guten sind weiter hinten und so. Also wie stark da der Einfluss vielleicht auch war. Wir werden es nicht rausfinden, aber ich finde es spannend, darüber nachzudenken. Und vielleicht, wenn wir uns selbst diesen kleinen Gedanken so ins Hirn setzen, vielleicht können wir dann auch etwas milder damit umgehen und auch vielleicht der Autorin da etwas milder sein und glauben, dass sie es nicht alles nur als Witz gemeint hat. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, den ich noch gar nicht so gesehen habe oder über den ich nicht nachgedacht habe. Aber es stimmt, dass ja die Redakteure sehr viel in den japanischen Manga-Geschichten die Story beeinflussen, sehr viele Änderungen noch vornehmen dürfen oder halt Korrekturen. Und dass ja auch eine Kritik ist bei dem Thema, dass es ja sehr viele weibliche Manga-Kar gibt und auch sehr viele Geschichten, die von Frauen für Frauen geschrieben werden und so weiter. Aber die Redakteure, die dazwischen geschalten sind, sind eigentlich immer Männer und haben dann diesen männlichen Blick darauf und beeinflussen das auch noch mal in eine Richtung, die nicht immer gut ist, so gesehen. Und das stimmt, das ist auf jeden Fall interessant und das ist auf jeden Fall auch noch mal eine sehr starke Besonderheit im japanischen Comic. Obendrein ist ja, wenn ich das jetzt gerade noch mal richtig erinnere, ist die Reihe ja auch in einem, ich sag mal, Jungs-Magazin erschienen. Ja, genau. Also das ist ja dem Genre schon in Manga zugeordnet und das ist ja auch eine sehr, sehr restriktive Trennung ja schon fast im Manga, dass es eben für weibliche Leserinnen und für männliche Leser und dann auch noch nach Altersstufen irgendwie so verschiedene Kategorien gibt und dass Rumiko Takahashi so mit die erste Manga-Kar war, die sich auch wirklich im Shonen-Genre etabliert und durchgesetzt hat. Aber das ich mir schon vorstellen kann, dass die Redakteure halt gesagt haben, wir verkaufen die Dinger hier an zwölfjährige Jungs. Ja, also wir dürfen hier jetzt nicht zu schwul werden. Lieber ein paar Brüste zeigen und das Homo-Thema mehr als Witz behandeln. Ja, also ich glaube auch, die Brüste sind da sehr, sehr drinnen, weil es eben ein Shonen-Manga ist. Also wenn jetzt die gleiche Geschichte für ein Mädchenmagazin geschrieben worden wäre, dann gäbe es da nicht so viele Brüste auf jeden Fall. Also oder entblößte Brüste, muss man ja sagen. Und wahrscheinlich wäre der Fokus auch noch mal viel mehr auf die Gedanken und Gefühle der Charaktere gelegt, anstatt jetzt auf die Kämpfe zum Beispiel. Ja, und da gebe ich recht, dass natürlich dann auch gesagt wird, so, ja, okay, da müssen wir dann vielleicht mit diesen Themen anders umgehen. Wobei ich auch schon mal das andere Extrem gelesen habe. Also eine Geschichte von Arina Tanimura, also die Zeichnerin von Kamikaze Kaitojan. Die hat dann, wie hieß es damals, irgendwie was mit Cross-Alliance, Gentleman's Cross-Alliance, keine Ahnung. Die hat auf jeden Fall so ein Manga rausgebracht, das auch wieder ein Liebes-Manga war, aber auch mit sehr vielen Nebencharakteren. Oh, da gab's auch eine Figur, die ja Cross-Dressing betrieben hat, aus einem total absurden Grund. Und da war's tatsächlich so, dass dieses Manga hatte queere Themen, aber weil der Redakteur das wollte. Der hat halt gesagt so, hey, das ist jetzt gerade Trend, bau das mal ein. Und die Autorin, die Arina Tanimura, hatte eigentlich überhaupt kein Interesse daran, hat sich damit auch überhaupt nicht ausgekannt und hat die schlimmsten Klischees ausgepackt. Also es gab dann so eine lesbische Storyline, die furchtbar war, weil es lesbisch sein dann mit Männerhass verglichen wurde. Und das lesbische Mädchen am Ende dann doch mit dem Typen zusammenkam, weil der halt so nett war und sie ihn dann doch nicht gehasst hat. Also genau so funktioniert Sexualität, Leute. Und genau. Und dann gab's eben noch diese Cross-Dressing-Geschichte, wo man das Gefühl hatte, es geht um eine Transfrau, aber gleichzeitig hat dann die Figur gesagt so, ja, für die Hauptperson würde ich auch wieder zu einem Jungen werden. Und dann denkt man sich so, okay, was? Und letztendlich wurde dann irgendwie in drei oder vier Bänden, wurden diese ganzen coolen, queeren Themen so ein bisschen abgespeist. Und danach, also das hat man eben dann auch im Kommentar im Manga gelesen von der Autorin. Die hat dann gesagt so, ja, sie ist ganz froh, dass sie jetzt mit diesen Storylines fertig ist. Und ja, ihr Redakteur hat halt eben gesagt, sie soll das machen. Und ja, sie kennt sich da nicht so gut aus und sie ist jetzt froh, dass es vorbei ist, so ungefähr. Und ich hab mich so verraten gefühlt. Das war echt so eine What-the-Fuck-Sache. Also das ist dann das andere Extrem, wenn anstatt sozusagen das Queere zu verstecken, war es da eher so dieses Queer-Baiting, dass man sagt so, okay, wir machen jetzt Queer rein, weil es cool ist, weil es trendy ist, aber man hat eigentlich keine Ahnung und man feiert einfach nur die Klischees ab und dann kommen wir zurück zur Hauptstory so ungefähr. Ja, verstehe. So viel zu Redakteuren. Ja, also falls da irgendwer unserer Hörenden mehr dazu weiß oder mehr Informationen hat oder vielleicht auch wirklich über mehr Einblick, was die Entstehung von Ranma angeht, zu diesen Aspekten uns gerne kontaktieren und uns wissen lassen. Ich weiß nicht, ob es dazu irgendwas zu finden gibt, aber ... Boah, das wäre echt interessant. Ja. Ich kann es mir noch eher an in japanischen Interviews vorstellen als in jetzt deutschen oder englischen, aber das wäre natürlich super spannend, wenn man dazu noch mal mehr recherchieren könnte. Ja. Okay. Also, hast du noch was? Willst du noch was besprechen? Ich glaube, ich habe mich ausgeschüttet. Wir sind auch schon wieder fast bei zweieinhalb Stunden. Ich habe heute noch gesehen, dass wir bei Dr. Slump irgendwie zwei Stunden 40 die Folge gemacht haben. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass sie so lang waren. Dann dachte ich noch so, na ja, jetzt wird es wahrscheinlich nicht so lang heute werden. Aber jetzt sind wir auch schon wieder über zwei Stunden 20. Also tatsächlich hatte ich mir schon gedacht, dass wir die Zwei-Stunden-Marke anpeilen werden, aber dass wir so stark drüber gehen, erstaunt mich auch. Weil wir bei Dr. Slump hatten wir auch sehr viele Nebenthemen. Ja. Und diesmal waren wir sehr fokussiert, aber na ja, es sind ja auch 38 Bänder. Also da gibt es einfach auch viel zu bereden. Ja, ich habe mal bei Dr. Slump für dich noch eine größere Vorstellungsrunde gemacht und so und Einführung und alles. Das hat die 40 Minuten ausgemacht. Wer weiß, vielleicht wird ja aus der Folge jetzt noch ganz viel rausgeschnitten und sie ist dann gar nicht so lang. Aber ich glaube nicht. Wir schneiden jetzt einfach alles Queere raus. Alle queeren Themen werden wieder rausgeschnitten. So wie man es einfach immer macht und dann sind wir bei einer Stunde und dann passt es. Sind wir bei den Comic-Cookies und kann man ja eh schon vorwerfen, dass wir vier Typen, vier weiße Typen und meines Wissens zumindest auch alle cis und hetero, also der unqueerste Comic-Podcast in Deutschland vielleicht hat. Das wäre natürlich dramatisch. Glaubst du, die anderen sind so queer? Also es gibt ein paar, aber glaubst du? Also ich kenne sie ja auch nicht alle. Wahrscheinlich nicht. Also es gibt zumindest schon welche mit einem höheren Frauenanteil. Auch nicht alle. Aber ja, keine Ahnung. Ja gut, ich bin jetzt einfach euer Quoten-Queer für die Sonderfolgen. Dafür haben wir ja die Manga-Mochi jetzt. Genau. Genau. Die Manga-Mochi, das ist alles so Token. So, ah, wir machen jetzt ein bisschen Manga, weil das cool ist und dann hauen wir noch eine queere Person rein, dann kann uns keiner mehr canceln. Ja, genau. Es ist alles Queer-Baiting. So sieht's aus. Ich mach das nicht, weil es Spaß macht, sondern einfach nur, ja, zum, ich glaub, Pink-Washing sagt man dann oder so. Ja, genau. Es ist alles eine Taktik dahinter. So schaut's aus. Ich bin schon, ich bin enttäuscht, aber ich will trotzdem, dass die Folge veröffentlicht wird. Auf jeden Fall. Also, wir fassen kurz zusammen. Wir empfehlen, es zu lesen, zumindest mal diesen ersten Doppelband, der jetzt dann am 9.9. bei Egmont neu erscheint. Wir werden übrigens nicht bezahlt von Egmont. Wir wussten das nicht, als wir diese Folge geplant haben, dass da überhaupt eine Neuauflage kommen würde. Ich hab's erst gestern erfahren, dass das überhaupt kommt. Ich wusste bis gestern nicht. Und, ja, also umso besser, umso, es ist dann doch immer schade, bei Doxers Lamp war es ja auch so, dass wir irgendwie sagen mussten, ja, es gibt halt englische Ausgaben, auf Deutsch wird's nicht aufgelegt. Und bei Ranma wäre es jetzt sonst genauso gewesen. Und jetzt können wir sagen, es kommt eine deutsche Neuauflage. Schaut's mal an. Gerade am Anfang fand ich's wirklich gut. Und bei Lena, glaube ich, das ähnlich sagen zu können. Gebt uns gerne Feedback. Lena, dich findet man im Internet wie und wo? Also, entweder man findet mich einfach auf Instagram unter BOPO-Lena, B-O-P-O-Lena, alles zusammengeschrieben. Oder theoretisch kann man auch BOPO-Lena.com eingeben. Das ist meine Webseite. Lena Dürscherl.com geht auch, aber meinen Nachname kann, glaube ich, niemand schreiben. Das sind eigentlich so die zwei Hauptanlaufstellen. Also, falls ihr irgendwie was über mich erfahren wollt, mich buchen wollt, sonst was, das sind die Anlaufstellen. Ihr könnt auch mir gerne schreiben, wenn ihr Feedback, Gedanken, Meinungen zur Folge habt. Schreibt mir gerne eine E-Mail oder noch besser, schreibt mir auf Instagram. Ich habe auf jeden Fall Lust, mich darüber auszutauschen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wann diese Folge veröffentlicht wird. Falls das noch vor dem Comicsalon ist, du bist natürlich auch auf dem Comicsalon vertreten. Stimmt. Mit einem Tisch. Comicsalon Mitte Juno in Erlangen. Von daher, wenn ihr in Erlangen seid, geht auch gerne mal bei Lena am Tisch vorbei. Sagt Hallo, kauft was Schönes. Es gibt Body Positive Sachen, aber es gibt auch ein bisschen Fanart. Von daher, das rentiert sich schon mal vorbeizukommen. Auf jeden Fall. Dann sage ich vielen Dank, Lena, dass du diese Folge wieder mit mir gestaltet hast. Und vielen Dank an alle Zuhörenden, dass ihr uns so lange zugehört habt. Das war es für heute von dem Manga Mochi, dem Comic Cookies Ableger. Und wir hören uns dann in Bälde bei irgendeiner anderen Folge, macht's gut, vielen Dank, bis bald. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.